FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. FALTER-Radio Sehr herzlich willkommen im FALTER-Radio. In dieser Folge hören Sie die aktuelle Ausgabe des Wissens-Podcasts Erklär mir die Welt. Der Host dieses Podcasts, Andreas Sator, spricht mit FALTER-Chefredakteur Florian Klenk über den Fall Kurz samt all der juristischen, politischen und sonstigen Verwicklungen. Andreas Sator hilft Ihnen mit seinen Podcasts jede Woche die Welt besser zu verstehen. In diesem Fall geht es darum zu entwirren, was sich ausgehend vom Ibiza-Video rund um Sebastian Kurz so tut. Vor Gericht, auf der Vorderbühne, von Österreichs Innenpolitik und hinter den Kulissen. Hören Sie, erklär mir den Fall Sebastian Kurz, Florian Klenk. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die diversen Gerichts- Kausen und Verfahren und Ermittlungen gegen den Ex-Kanzler Österreichs Sebastian Kurz und wer könnte uns das besser erklären als Florian Klenk. Hallo lieber Florian. Hallo Andreas. Danke, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte? Also ich bin der Chefrektor der Wiener Wochenzeitung FALTER und beschäftige mich jetzt bald seit fünf Jahren mit der Causa Ibiza. Ich hatte das Privileg, dass mir die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung dieses Video gezeigt haben, bevor es veröffentlicht war und mich an Bord geholt haben. Und dadurch bin ich da hineingeraten in diesen sehr verwirrenden, sehr langen, aber letztlich gar nicht so schwer zu verstehen Fall. Hoffentlich, weil Florian, ich war heute im Kaffeehaus und habe da mit einer Bekannten geredet, die ist Masterstudentin und sehr gescheit. Da habe ich erzählt, dass ich heute diese Folge aufnehme und sie gesagt habe, Gott sei Dank, weil ich blicke überhaupt nicht mehr durch, wer, was, wo, wie, wann, worum geht es. Ich versuche mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Es gab ja jetzt gerade vor kurzem ein Urteil in einem Verfahren um Sebastian Kurz. Worum ging es da? Da ging es im Wesentlichen um einen kleinen Seitenaspekt, nämlich die Frage, ob er vor dem Nationalrat, vor dem Untersuchungsausschuss des Nationalrats die Wahrheit gesagt hat. Warum ist es so wichtig, weil der Nationalrat zwei Kompetenzen hat? Also das sind ja die Volksvertreter, die wir wählen, unsere Repräsentanten. Der Nationalrat hat zwei Kompetenzen, er kann Gesetze erlassen und er kontrolliert die Exekutive durch den Urschuss. Und damit er die Exekutive die Regierung hat. Die Regierung, genau. Wir haben drei Staatsgewalten, die Justiz, die Legislative, also die Gesetzgebung und die Exekutive. Und die Legislative, also der Nationalrat, hat zwei Rechte, nämlich Kontrolle durch parlamentarische Anfragen, aber eben auch durch den Urschuss, um diejenigen, die unser Geld verwalten, die unsere Gesetze vollziehen, zu kontrollieren. Das ist die Machtbalance. Das heißt, jeder Politiker, der behauptet, ein Urschuss ist ein Kaspeltheater, könnte auch sagen, die Polizei ist ein Kaspeltheater oder die Justiz ist ein Kaspeltheater, weil das sind letztlich Sicherungen im Kasten der Demokratie. Oder die Debatten im Parlament sind ein Kaspeltheater, kann man das Parlament quasi gleich abschauen. Das ist immer die Neigung von autoritären Figuren, die immer sagen, dieses Parlament, das ist eine Quatschbude. Wir erinnern uns, das ist ein Zitat von Adolf Hitler, die Quatschbude Parlament. Und Kaspeltheater, Löwinger Bühne, hat Elisabeth Köstinger gesagt, das zeigt sozusagen eine gewisse Respektlosigkeit vor Volksvertretern. Und ich sitze relativ viel in Urschüssen und ich kann eigentlich diese oft kolportierte Sicht von vielen auch Kolleginnen und Kollegen, die nie in Urschüssen sitzen, dass das Ganze nur ein blödes Theater ist, überhaupt nicht teilen. Ganz im Gegenteil, wir erfahren durch jeden Urschuss immer wieder was Neues. Jetzt gerade wieder. Hat auch der Georg Renner erst in seinem Newsletter geschrieben, jeder, der das so pauschal kritisiert, ist wahrscheinlich noch nie drinnen gesessen, weil da viel Erfahrung kommt. Aber wenn sich die Leute dafür interessieren, man braucht nur auf die Homepage des Parlaments gehen und dort kann man alle Urschussprotokolle eins zu eins nachlesen. Das heißt, man kann, das ist auch ein Archiv. Wenn ich heute was wissen will über die Eurofighter-Causa oder über die BUBUG-Affäre oder die BAWAG-Affäre oder was auch immer, gehe ich in die Urschussprotokolle und kann das nachlesen. Also da sitzt man und tippt mit, macht noch nicht die KI. Genau. Okay, und in so einem Urschuss war der Kurz und dort ist er gefragt worden, ob er sich stark gemacht hat für den Thomas Schmidt und ob er sich stark gemacht hat für den Aufsichtsrat. Und der Kurz hat gesagt, nein, ich war da nur informiert. Und er wurde sozusagen in drei Punkten belastet von der Staatsanwaltschaft, also angeklagt. Und der Richter hat gesagt, in zwei Punkten kann ich dir nicht nachweisen, dass du gelogen hast, aber in einem Punkt schon und hat ihn nicht rechtskräftig, das muss man hier betonen, sonst wäre es eine Verletzung der Unschuldsvermutung, nicht rechtskräftig verurteilt zu einer bedingten Strafe. Das heißt, wenn er es wieder macht, dann muss er ins Gefängnis? Oder was heißt bedingt? Nein, er muss natürlich nicht ins Gefängnis, er hat jetzt einmal eine bedingte Haftstrafe. Aber ich meine, er bedingt, wenn er es wieder macht oder was heißt dann bedingt? Bedingt, ja, wenn er es jetzt wieder macht und nochmal macht und nochmal macht, also wenn er dreimal lügt, dann kann es passieren, dass man diese Strafe wieder ruft. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Also wir sollten da auch nicht, weil es immer heißt, es droht immer eine Freiheitsstrafe, man soll irgendwie bei der Sache bleiben. Das ist eine relativ milde Strafe, er hat acht Monate bekommen, das ist im unteren Bereich der Strafzumessung, weil die Straftrohung beträgt drei Jahre und normalerweise sagt man, bei der Erstverurteilung kriegst du ein Drittel der Straftrohung. Also er hätte auch zwölf Monate kriegen können, aber der Richter ist weit darunter geblieben, also es war eine relativ milde Bestrafung. Er muss auch nichts bezahlen, außer ein bisschen Verfahrenskosten. Die Anwaltskosten zahlt eben die Partei, hat einmal gesagt, also schnell fahren im Ortsgebiet wäre für ihn wahrscheinlich nicht viel teurer gewesen. Und jetzt ist die Kritik da von vielen ehemaligen Weggefährten von Kurz oder von Kurz auch selbst so, man sitzt da im Urschuss, man wird irgendwie nicht von einem Richter befragt, sondern von politischen Gegnern, die setzen mich unter Druck und die warten nur darauf, dass ich irgendwas Falsches sage und dann zehrende mich vor Gericht und das ist irgendwie alles total unfair. Gibt es da irgendwie einen Punkt, den er hat oder ist das irgendwie vorgeschoben? Das ist nicht Quatsch. Er ist ein Profi, er weiß sich ja zu wehren, er ist rhetorisch geschult. Es ist ganz einfach, wenn ich das Gefühl habe, ich sage die Unwahrheit, dann muss ich sagen, dann kann ich mich entweder entschlagen, weil ich sage, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, würde ich mich selbst belasten oder ich muss die Wahrheit sagen. Ja, das passiert uns dauernd. Wenn wir dann dauernd vorher ein Gericht einvernommen haben, das kann auch sehr unangenehm sein. Wenn du in einem Zivilverfahren bist und du bist einem gegnerischen Anwalt ausgesetzt, du sitzt in einem Scheidungsverfahren oder in einem Obsorgeverfahren oder du scheitest mit einem Nachbarn und der gegnerische Anwalt nimmt dich in den Mangel, dann ist das oft viel ährter. Der Richter hat ja, um auf dieses Argument einzugehen, das Tonband vorgespielt vom Urschuss und man hat gemerkt, das ist komplett ruhig. Die Einzigen, die dort ein bisschen Ratau gemacht haben, waren die ÖVPler selbst. Aber der Kurz hat ganz ruhig die Fragen beantworten können und es gibt keinen Grund, dort die Unwahl zu sagen. Also das ist einfach auch ein Spin, aber darüber werden wir reden, wie in diesem großen Komplex sehr viel Spin verbreitet wird. Kurz ist ja nicht alleine erstinstanzlich verurteilt worden, sondern auch Bernhard Bonelli. Auch Bernhard Bonelli war sein Kabinettschef. Was ist sein Kabinettschef? Das ist der Leiter seines politischen Büros im Bundeskanzleramt. Also ein Ministerium hat ja einerseits Beamte, die sind dort pragmatisiert und die kann mich im Wesentlichen nicht wegkriegen. Und Kabinette. Kabinette ist so das engste Team und das Kabinett ist so die Verbindungsschanier zwischen Politikern und Beamtenschaft. Und der Herr Bonelli war der Kabinettschef. Und der wurde auch verurteilt, weil er auch vor dem Urschuss unwahr gesprochen hat. Und auch das ist nicht reizkräftig, der hat sechs Monate bekommen. Aber das ist eine kleine, eine ganz kleine Sache. Ich habe eine Idee. Du hast mir in der Vorbereitung der Sendung erzählt, dass du jemanden triffst, der sich überhaupt nicht auskennt. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einen Trick. Wir stellen uns die Ibiza-Affäre vor, jetzt geht es ja viel um Russland, wie eine Matryoshka. Diese kleinen russischen Puppen, wo du immer eine aufmachst und eine kleinere drin ist. Und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir beamen uns zurück in den 17. Mai 2019. Und da steht eine große Matryoshka und da steht drauf, Ibiza. Um was ging es da? Wollen wir das machen? Gerne. Okay, Ibiza, was war das? Ein Video, angefertigt von Julian Hessenthaler, einem, sagen wir mal, in der Halbwelt agierenden Privatdetektiv, der im Auftrag eines Rechtsanwalts, des Herrn Mirfakei, in einer Finca in Spanien, den HC Strache und den Johann Gutenus in eine Falle gelockt hat, gemeinsam mit einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte. Warum hat er das getan? Weil der Leibwächter von Heinz-Christian Strache, der Oliver Rieberich, immer wieder behauptet hat, dass Strache korrupt sei. Und um das sozusagen zu dokumentieren, hat man ihn in diese Videofalle gelockt, hat eine russische Oligarchen-Nichte hingesetzt und hat gesagt, wir haben ganz viel Geld. Und Strache hat gemeint, kauf mir die Kronenzeitung, schreib mich an die Macht und wenn ich gewonnen habe, dann kriegst du staatliche Aufträge. Das ist der Grund, warum der Heinz-Christian Strache einmal zurückgetreten ist. Wir sind im 17. Mai. Große erste Puppe in der Matryoshka. Und jetzt sagt der Strache in Ibiza einen ganz entscheidenden Satz. Er sagt, die Novumatik zahlt alle drei. Und er sagt, dass die Novumatik am Rechnungshof vorbei die Parteien finanziert. Er nennt ihn Herrn Benko, er nennt ihn Herrn Glock, die haben das immer bestritten. Und er erzählt auf einmal, wie in Österreich Parteienfinanzierung funktioniert. Und jetzt steht ein Verdacht im Raum, nämlich, dass nicht nur die Parteien finanziert werden am Rechnungshof vorbei, das wäre ja nicht schlafbar. Sondern, dass für diese Finanzierung umgekehrt den Spendern Gesetze geschenkt werden. Jetzt machen wir die Matryoshka auf und haben die zweite Matryoshka in der Hand, nämlich die Casino-Affäre, der Fall Novumatik. Die Casinos gehören zum Teil auch der Novumatik. So, jetzt nehmen wir diese zweite Puppe raus und stellen Sie hin. Worum geht es in der Casino-Affäre? In der Casino-Affäre geht es darum, dass der Verdacht besteht, dass die Regierung dem Glücksspielkonzern Novumatik, ein riesengroßer Milliardenkonzern, Gesetze verschafft hat, die die Novumatik im Online-Glücksspiel bevorzugen. Und im Umkehrschluss die Novumatik der Regierung einen Vorteil, oder der FPÖ einen Vorteil versprochen hat, nämlich einen Vorstandsposten für einen FPÖ-Funktionär, für den Herrn Siedlow. Wir erinnern uns an diesen Herrn Siedl, der war Bezirksrat hier in dem Bezirk Allsorgund. Wenn das stimmen würde, dann wäre das eine Bestechung, weil nämlich für ein Amtsgeschäft, nämlich die Erlassung eines Gesetzes, ein Vorteil erfolgt. Diesen Vorwurf hat jemand in einem anonymen Schreiben an die WKStA kurz nach Auffliegen der Ibiza-Affäre geäußert. Und dieser Vorwurf war so akribisch niedergeschrieben, dass die WKStA gesagt hat, wir machen eine Hausdurchsuchung. Und zwar warten wir jetzt nicht drei Wochen oder vier Wochen oder fünf Monate bis zu der Hausdurchsuchung, sondern wir machen sie gleich und wir machen sie zeitgleich bei vielen Leuten, die dort genannt sind. Beim HC Strache, beim Josef Böll, beim Chef der Novumatik, beim Eigentümer der Novumatik, beim Reifeisen-Generalanwalt, beim ehemaligen Finanzminister. Und einmal rücken die aus und beschlagnahmen dutzende Handys und öffnen die. Und diese Handys entpuppen sich auf einmal als, wenn man so will, Archive der schwarz-türkisen Regierung. Schwarz-türkis-blauen Regierung. Also türkis, was ich jetzt gesagt habe? Schweins-türkis-צchuldigung. Der schwarz-blauen Regierung. Oder türkis-blau, wie es er sich genannt hat. Also jener Regierung, die Sebastian Kurz mit Heinz-Christian Strache 2017 bis 2019 geformt hat. Und jetzt wird es spannend, weil die Staatsanwälte darauf gedrängt haben, diese Handys auszuwerten. Da gab es kurz, das muss man jetzt nicht so genau wissen, ein Hickhack zwischen der eher der ÖVP zuzuordneten Polizei im Bundeskriminalamt und der eher dem Justizministerium als unabhängig und später auch als rotes Netzwerk geframten WKStA um die Frage, wer wertet die Handys aus? Welche Polizisten agieren da? Die sind in einem großen Streit geraten, weil die Staatsanwälte gesagt haben, ihr von der Polizei seid befangen. Da sitzen Leute drin, die haben eine sehr starke ÖVP- und FPÖ-Nähe. Und tatsächlich hat man später auf diesen Handys einen Chat gefunden zwischen einem Polizisten und Strache, wo dieser Polizist Strache gratuliert und sagt, bitte komm wieder zurück ins Amt und die Republik braucht dich alles Liebe. Also die WKStA hat was gewittert, was letztlich sich als wahr herausgestellt hat. Jetzt haben wir diese Matrioshka, das steht drauf, Glücksspiel-Affäre, Casino-Affäre, Novomatic-Affäre. Und auf einmal finden die Ermittler tatsächlich einen Zettel, wo draufsteht Hintergrund-Deal mit dem Blauen. Wir haben einen Hintergrund-Deal mit dem Blauen. Das finden wir beim Generalanwalt von Reifersen in einem Kalender. Also die jungen Leute haben alles in Chats geschrieben, die alten haben alles in ihre Kalender notiert. Das Prinzip, jedes Schriftlein-Giftel wurde negiert. Man hat Mail sichergestellt bei einem Steuerberater, der hat die versiegeln lassen. Darum dauert das so lange, weil Steuerberater haben einen Berufsschutz. Und daher dauert das immer noch so lange, diese Casino-Affäre. Die ist ein bisschen in den Hintergrund gegangen. Im Rahmen dieser Casino-Affäre hat man Zeugeneinvernahmen gemacht. Da wurde zum Beispiel die Chefin der Casinos-Austria, die Frau Bettina Glatz-Gremsner, gefragt, ob sie mit dem Strache irgendeinen Chat über so einen Hintergrund-Deal geführt hat. Und sie hat gesagt, nein, nein, mit dem habe ich nicht gechattet. Und es war eine falsche Zeugenaussage. Deswegen ist Bettina Glatz-Gremsner jetzt zu einer Diversionszahlung, also einer Buskelzahlung von 200.000 Euro verurteilt worden. Bettina Glatz-Gremsner war nicht irgendwer, sie war die Stellvertreterin von Sebastian Kurz. Jetzt geht die Polizei dahin und findet beim Thomas Schmidt zu Hause eine Time Capsule, so eine Apple-Platte. Viele von uns haben das zu Hause. Was macht die? Die macht immer wieder ein Backup vom Handy, ohne dass wir es merken. Wir gehen nach Hause, unser Handy hängt sich ins WLAN und kopiert. Der Thomas Schmidt hat seine Handys gelöscht gehabt. Das haben wir doch nicht gesagt, wer der Thomas Schmidt ist. Der Thomas Schmidt war eine wichtige Fugue in dieser Casino-Affäre, also der zweite Mann, weil der war der Generalsekretär im Finanzministerium, also der Spitzenbeamte im Finanzministerium. Wenn man so will, das, was Christian Pilnercheck im Justizministerium war. Also ein Beamter, dem alle anderen Beamten unterstanden sind. Also die mächtigste Figur. Und der ist ernannt worden zum Chef der ÖBAG, die österreichische Bundesbeteiligungs AG. Die verwaltet alle Anteile der Republik Österreich an öffentlichen Unternehmen, an denen wir, also die OMV und solche Dinge, wo wir als Steuerzahler Anteile haben. Das ist eine Holding und die verwaltet das. Und dieser Thomas Schmidt wurde von Sebastian Kurz, wie sich jetzt herausstellt, oder auch von seinem Umkreis, befördert vom Generalsekretär des Finanzministeriums zum Chef der ÖBAG. Wir befinden uns jetzt aber in der Zeit, wo er Generalsekretär war. Eine sehr wichtige Figur, weil er nämlich dort Anzeichen geschaltet hat. Er hat viel Kohle gehabt. Ein Generalsekretär im Finanzministerium entscheidet, welches Ministerium Geld bekommt. Er entscheidet, welche Werbeetat es ist. Er hat Sebastian Kurz einmal in einen Chat geschrieben, wo drinsteht, Sebastian kann jetzt Geld scheißen, weil er ihm den Werbeetat erhöht hat. In der Wohnung dieses Thomas Schmidt, der übrigens der Pressesprecher von Karl-Heinz Grasser war, für die älteren Zuhörer, das ist der Finanzminister der FPÖ und später der ÖVP, der acht Jahre Haft bekommen hat wegen Bestechung, nicht rechtskräftig. Kommen wir nachher noch dazu. Zu Hause beim Thomas Schmidt findet man eine Festplatte. Und in dieser Festplatte findet man ein Backup-File. Und zwar ein Backup-File seines Handys, das er gelöscht hat. Und er hat aber vergessen, dass er dort noch eine Kopie liegen hatte. Und die Polizei hat diese Festplatte mitgenommen, hat zuerst gesagt, da ist nichts drauf. Und die Justiz hat sich das aber nochmal genau angeschaut und hat gesagt, hey, da ist ja das ganze Handy drauf. Das Handy, das er gelöscht hat, da haben wir eine schöne Kopie. Und haben das aufgemacht. Thomas Schmidt hat das Passwort hergegeben, weil er gleichzeitig verlangt hat, dass viele private Fotos gelöscht werden. Was die Justiz gesagt hat, machen wir, weil die privaten Fotos brauchen wir nicht. Das ist diese Mehr dieser vielen tausenden Fotos. Er wollte einfach, dass sein Privatleben nicht in den Akt wandert. Und hat daher das Passwort hergegeben. Er hätte das Passwort gar nicht hergeben müssen, dann hätten ihm das vielleicht nie geknackt. Aber die haben gesagt, gut, wir löschen die Fotos, du gibst uns das Passwort. Und auf einmal öffnet sich eine Schatulle. Und jetzt nehmen wir die dritte Matrioschka, die dritte Holzpuppe. Und da steht auf einmal drauf, Beinschab-Affäre. Weil eine Wirtschaftsexpertin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft findet in diesen Chats von Thomas Schmidt auf einmal das Wort Österreich-Beinschab-Tool. Und sie findet eine ganze Menge Nachrichten, in denen die engsten Mitarbeiter von Sebastian Kurz mit dem Thomas Schmidt und mit dem Medienmogul Wolfgang Fellner, das ist der Herausgeber der Boulevardzeitung Österreich, immer wieder darüber reden, dass der Inserate kriegt und umgekehrt positive Berechterstattung macht. Und diese Mitarbeiterin der WKStA, eine Wirtschaftsexpertin, stutzt und fangt an zu graben und entdeckt da auf einmal etwas ganz Interessantes, nämlich, dass der Thomas Schmidt immer wieder einer Frau namens Beinschab, Serbine Beinschab, die eine Mitarbeiterin war, der früheren Familienministerin Sophie Kamersin, dass der ja immer wieder Studien bezahlt, die die Sabine Beinschab aber ganz offensichtlich für die ÖVP erstellt. Sie fragt ihn noch einmal, wo soll ich denn diese ÖVP-Studie verrechnen? Soll ich die dazu packen zur Betrugsbekämpfungsstudie? Das ist ganz lustig. Sie betrügen sozusagen uns Steuerzahler damit, dass sie so tun, als hätte sie eine Betrugsbekämpfungsstudie gemacht. In Wirklichkeit macht sie aber eine Umfrage für die ÖVP. Und man kommt darauf, dass sie ungefähr 500.000 Euro, sie jetzt für einen einzelnen Staffel sehr viel Geld, wenn man es jetzt vergleicht mit der Großkorruption, noch nicht ganz viel Geld, aber doch eine abgleichliche Summe, und Steuerzahler verrechnet hat für Studien, die sie in Wirklichkeit für die ÖVP gemacht hat. Und zwar nicht nur einfach Studien, sondern sie hat diese Studien auch immer wieder frisiert. Sie hat sie immer wieder so gemacht, dass es für den Sebastian Kurz gut ausschaut. Wir befinden uns da jetzt im Jahr 2016. Sebastian Kurz war Außenminister, Reinhold Mitterlehner war ÖVP-Chef, und Sebastian Kurz wollte Reinhold Mitterlehner von der Spitze putschen, weil er gesagt hat, der Mitterlehner reißt nichts. Und er wollte den Christian Kern, den damaligen Bundeskanzler, wegputschen. Und Sebastian Kurz hatte immer keinen Zugriff auf die Parteikasse, weil er war nur Außenminister und nicht Parteichef, und er konnte auch keine Spenden einwerben, weil er ja nicht herumgehen konnte und sagen konnte, ich möchte meinen eigenen Parteichef nehmen. Das heißt, er braucht irgendwelche Ressourcen. Und der Thomas Schmitt, und das ist jetzt der Verdacht der Staatsanwaltschaft, hat dem Sebastian Kurz diese Ressourcen zur Verfügung gestellt. Das heißt, er ist hergegangen und hat gesagt, pass auf, wir schalten Inserate, und jetzt zitiere ich den Thomas Schmitt, wir kommen gleich dazu, wieso ich das weiß, pass auf, wir schalten Inserate im Österreich. Die drucken dafür unsere Studien, und in diesen Studien steht immer, dass der Mitterlehner ganz schlecht ankommt bei den Leuten. Wir reden den Mitterlehner kaputt, der war auch nicht wahnsinnig beliebt, aber wir machen Geschichten, wo sozusagen drinsteht, wenn Sebastian Kurz kommt, dann wird alles besser. Und man kann in den Chats nachlesen, dass die engsten Mitarbeiter von Kurz tatsächlich immer wieder beim Wolfgang Fellner gedrängt haben. Der Thomas Schmitt schreibt irgendwann den ganz zentralen Satz, wer zahlt, schafft an, ich liebe das. Und als der Thomas Schmitt aus dem Finanzministerium weggegangen ist, ist ein anderer Pressesprecher gekommen, der hieß Jim Lefebvre, der war der Pressesprecher vom Hartwig Löger, vom Finanzminister. Und der hat irgendwann mal dem Thomas Schmitt sein Leid geklagt, der hat gesagt, du, jetzt bin ich mit dem Minister, jetzt habe ich die Medienleute mitgenommen, die Österreich-Leute nach Brüssel, und die schreiben nichts. Wir haben denen alles präsentiert, aber die machen keine Geschichte. Woraufhin der Thomas Schmitt schreibt, hast du es noch immer nicht kapiert. Du gehst zum Wolfgang Fellner für die Geschichte und zum Helmut Fellner, das ist sein Bruder, dem Geschäftsführer, fürs Geld. Das heißt, du musst zahlen. Daraufhin sagt er, aber ich habe gedacht, das ist eine Redaktion, das ist unabhängiger Journalismus. Und er sagt, dream on. Also wörtlich sagt er nicht dream on, aber er sagt sozusagen, hast geglaubt. Das heißt, er weiht seinen Nachfolger ein in dieses System, nimm dir Steuergeld, und du kriegst dafür positive Berichterstattung für den Chef, für den Sebastian Kurz. So, das war jetzt die dritte Matrioschka. Wir rekapitulieren nochmal. Erste Matrioschka, die Ibiza-Affäre. Da geht es darum, ob Strache eine Straftat begangen hat. Ziemlich sicher nicht, weil damals das Anfütter von Abgeordneten nicht strafbar war. Zweite Matrioschka, die Casino-Affäre. Wurde der FPÖ ein Vortrag gegeben für ein freundliches Novomatic-Gesetz? Wissen wir noch nicht, weil viele Mails noch nicht öffentlich sind. Dritte Matrioschka, die sogenannte Inseraten-Affäre, das Österreich-Beinschabstuhl. So, und jetzt wertet diese Staatsanwältin, wir befinden uns jetzt ungefähr im Jahr 2021, glaube ich, wenn ich es richtig habe. Und die werten dieses Österreich-Beinschabstuhl aus. Und sie schauen sich die Inseraten an. Und sie kommen darauf, hey, verflucht, die haben Millionen bezahlt an den Wolfgang Fellner und haben dafür positive Berichterstattung bekommen. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft eine sehr interessante Überlegung gemacht. Sie hat gesagt, indem der Wolfgang Fellner dem Sebastian Kurz einen Vorteil anbietet, nämlich positive Berichterstattung, der Berichterstattung in seinem Sinne, und dafür der Thomas Schmid als Finanzgeneralsekretär die Staatsschatulle aufmacht, bieten sie dem Beamten Schmid einen Vorteil an, nämlich positive Berichterstattung, um ihn zu einem Amtsgeschäft zu bringen. Das heißt nicht, die Politik hat die Medien bestochen, sondern die Medien haben die Politik bestochen. Und jetzt auf einmal platzt die sogenannte Inseratenaffäre. Und in der Wiener Szene haben das viele geahnt, dass da was kommen wird. Irgendwie hat sich das so durch die Türritzen rausgeschwitzt. Und einen Tag, bevor die große Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt stattgefunden hat, hat sich die stellvertretende ÖVP-Chefin, Gafi Schwarz, hingestellt und hat gesagt, diese Razze ist sinnlos, es ist nichts mehr da. Der Florian Scheubert hat einmal gesagt, das ist so, wie wenn man eine Razze beim Cannabis-Züchter macht und er sagt, es hat keinen Sinn, eine Ausdurchsung zu machen, weil es ist alles abgeerntet. Es hat sich später herausgestellt, dass eben doch noch was da war, weil die WKStR sehr genau gesucht hat. So, jetzt beschlagnahmt die noch mehr Handys, noch mehr Daten, graben sich immer tiefer ein und wir machen die nächste Matrioshka auf. Da steht drauf, Karmersinger-Affäre. Wo ist man draufgekommen? Wo ist man draufgekommen, dass die Frau Karmersin, das war die Familienministerin unter Kurz und später Meinungsforscherin, dass die, nachdem sie aus dem Amt geschieden ist, auf unlautere Weise weiter ihr Gehalt bezogen hat, obwohl sie schon gearbeitet hat, das darf sie nicht. Eine relativ vergleichsweise kleine Geschichte, aber nicht ganz unwesentlich, weil sie dafür angeklagt wurde. Sie wurde aber freigesprochen, weil sie nämlich den Schaden wiedergut gemacht hat, bevor die Staatsanwalt erfahren hat. Man hat sie davon erfahren, durch eine Recherche von Martin Thür, der einen Freedom of Information Act-Anfrage gemacht hat beim Bundeskanzleramt und gesagt hat, wie viel Geld hat die Frau Karmersin bekommen. So, ein kleines Nebenaspekt, also wenn man so will, in der Matrioshka so eine kleine Holzfigur. Die Sabine Beinschab, über die wir vorhin geredet haben, die hat zu schwitzen begonnen, weil sie nämlich mit diesen Chats an den Thomas Schmidt in Wirklichkeit überführt war. Und die Sabine Beinschab hat etwas gemacht, was die anderen Politiker nicht gemacht haben, nämlich, sie hat ein Gestehnis abgelegt. Sie hat sie sich als Grundzeugin angeboten und hat gesagt, ich gestehe, ich lege alles auf den Tisch. Und sie hat nicht nur gestanden, dass sie diese Studien verbotenerweise verrechnet hat, sondern sie hat gesagt, sie hat das noch bis ins Jahr 2019 gemacht. Und noch danach. Sie hat das noch gemacht, als schon die Corona-Zeit war. Da sind immer wieder Studien verrechnet worden. Und da haben die Staatsanwälte die Ohren gespitzt. Da hat sie gesagt, hey Moment, das ist bis zum Schluss gegangen, dazu kommen wir gleich. Und sie hat Beinschab hat gesagt, ich will reinen Tisch machen, ich sage jetzt die Wahrheit, und hat eine Diversionszahlung bekommen. Das Gesetz sieht vor, wenn ein Zeuge oder wenn ein Beschuldigter reinen Tisch macht und andere Straftaten offenbart, die man noch nicht kannte, dann können die sozusagen eine Verfahrenseinstellung kriegen und kriegen ein Bußgeld. Und das hat die Sabine Beinschab bekommen. Sie hat gesagt, ich belaste die Frau Kammerzin, ich belaste den Herrn Schmidt, ich belaste alle Leute, die da involviert sind und sie ist raus. Das heißt, das Verfahren ist für sie abgeschlossen. Das ist so ein bisschen der Bruch der Ummehrta. Das Schweigen. Und der Thomas Schmidt hat das mitgekriegt. Und der Thomas Schmidt hat am Anfang überhaupt nichts gesagt. Und sein Verteidiger hat gesagt, Thomas Schmidt ist unschuldig, ist alles eine Erfindung. Und dann hat er auf einmal eine Kehrtwendung gemacht und hat gesagt, ich, Thomas Schmidt, möchte das Gleiche kriegen, wie die Frau Beinschab, weil ich bin überführt. Der Schaden ist hunderttausende Euro, wenn ich verurteilt werde. Und es schaut schlecht aus für mich, weil ich so viele Chats geschrieben habe. All diese Chats, wir erinnern uns. Ich liebe meinen Kanzler. Kriegst dir alles, was du willst. Du bist die Uhrreter reichen. Danke, dass wir das so offen besprechen dürfen. Wir brauchen steuerbare Weiber. Ich habe den Bischof zusammengeschissen, weil er das Asylgesetz kritisiert hat. Und der war zuerst bleich und dann rot und dann hat er gezittert. Und der Thomas Schmidt ist da nicht mehr rausgekommen. Jetzt hat er einen Anwalt gewechselt und hat sich einen Anwalt genommen, einen sehr guten Anwalt, den Roland Kier. Und er hat gesagt, ich möchte auch Grundzeuge werden. Die Staatsanwälte haben gesagt, schön für dich, aber du musst uns was Neues erzählen. Weil wir wissen schon viel über dich. Nur weil wir dich überführt haben, wirst du kein Grundzeuge. Das heißt, du musst jetzt Dinge offenbaren, die wir noch nicht wissen. Und jetzt nimmt er die nächste Holzpuppe raus und sagt, okay, ich erzähle euch jetzt die Geschichte Benko. René Benko ist zu mir gegangen, sagt Thomas Schmidt, und hat gesagt, du kriegst den Job um 600.000 Euro, 300.000 fix, 300.000 als Provision, und du hältst mir die Finanz vom Leib. Du verlagerst die Steuerprüfung von Wien-Rindsburg. Du hilfst mir dabei. Und der René Benko, das kann man in den Chat sehr genau nachlesen, dieser René Benko hat sich so an den Thomas Schmidt herangewamst. Beides Tiroler. Er hat ihn geschmeichelt, er hat ihn zuerst eingeladen auf eine Flasche Wein, in die Freihung, in so eine schöne Wohnung. Dann sind sie miteinander auf der Yacht ein bisschen gefahren. Es gibt sehr berührende Szenen, wo sie sich gegenseitig schreiben und wo auch der Thomas Schmidt dann immer wieder seinen Eltern schreibt, wie stolz er ist, dass er diesen tollen Tampano Benko kennengelernt hat. Und er sagt, er haut sich für ihn rein, damit er eben weniger Steuern zahlen muss. Das ist die nächste Matryoshka. Jetzt machen wir die auf und sehen wieder eine Matryoshka, nämlich einen namens Sigi Wolf, die Sigi-Wolf-Affäre. Was macht der Schmidt? Er sagt, ich habe mich auch für den Sigi Wolf eingesetzt. Der Sigi Wolf wollte nämlich auch weniger Steuern zahlen. Der Sigi Wolf hat sich eingesetzt, dass seine Finanzbeamtin, die in Wiener Neustadt war, eine Beförderung kriegt oder eine Verlegung kriegt, einen Vorteil bekommt, nämlich die Verlegung zum Finanzamt Baden. Der berühmte Satz, sie will baden. Das bedeutet nicht, dass sie mit dem Sigi Wolf da draußen in Ebrechtsdorf, in der Magna World, in den Pool springt und badet, sondern sie will das Finanzamt baden. Das heißt, der Sigi Wolf setzt sich ein beim Thomas Schmidt und sagt, gehöft es dir, dass sie baden geht und sie hilft mir. Auch hier ein Vorwurf der Bestechung. Auch das gibt Thomas Schmidt zu. Wir machen die nächste Matrioshka auf, da steht auf Kronenzeitung Dichand. Thomas Schmidt sagt, nicht nur Wolfgang Fellner hat uns bestochen, sondern auch Eva Dichand hat uns einen Vorteil angeboten, nämlich positive Berichterstattung, wenn wir einerseits Inserate schalten oder wenn wir ein stiftungsfreundliches Gesetz erlassen. Die Dichand sagt, das habe ich nie gemacht. Ich war immer für ein stiftungsfreundliches Gesetz. Ich habe das nicht miteinander verbunden. Die Staatsanwälte sagen aber, wenn so ein Vorteil, wenn es eine Abrede gibt, wenn es in Aussicht gestellt wird, ein Vorteil in Aussicht stellen, positive Berichterstattung in Aussicht stellen, dafür, dass ich etwas kriege, reicht schon. Wir müssen gar keine positive Berichterstattung gemacht haben. Und der Thomas Schmidt hat daraufhin ausgesagt, wir haben ja diesen Vorteil gegeben, wir haben ja die Inserate gegeben, was dazu geführt hat, dass die Staatsanwaltschaft sich diese ganzen Inserate angeschaut hat und eine Hausdurchsuchung bei heute durchgeführt hat. Das regt die Ewa Dichand sehr auf und das regt den Chefredakteur von heute sehr auf, weil sie beide sagen, wir haben nicht positiv berichtet. Die Staatsanwälte sagen aber, es geht gar nicht darum, dass ihr wirklich im Sinne kurz berichtet habt, es reicht, dass ihr diesen Vorteil in Aussicht stellt. Das heißt, die nächste Matajoschka. Das sind jetzt einmal so ein paar Puppen, die nebeneinander stehen. Also warten wir es nochmal. Ibiza-Affäre, Novomatic Casino, Leinschab Österreich-Tool ist gleich Inseraten-Affäre, Dichand-Affäre, Sigi-Wolf-Affäre, Benko-Affäre. Daneben gibt es noch ein paar so kleine Puppen. Zum Beispiel hat der Chef der Novomatic ganz vielen Leuten Millionen geschenkt. Zum Beispiel der Ehefrau des Chefs des sogenannten Spielapparatebeirats. Der Spielapparatebeirat sollte, das ist jetzt schon 15, 20 Jahre her, die Glücksspielautomaten der Novomatic daraufhin gehend überprüfen, ob sie dem Glücksspielgesetz widersprechen. Also, wenn man sich das plastisch vorstellt, die Novomatic geht her, sagt, ich möchte eine Genehmigung für diesen Automaten haben, ist das eh nur ein kleines Glücksspiel, das ungefährlich ist, wo ich ein paar Münzern reinwerfe, oder ist das schon ein großes Glücksspiel? Und der Spielapparatebeirat gibt ein Gutachten ab, der bespielt diesen Automaten und sagt, okay, das ist kleines Glücksspiel, ist harmlos. Und die Novomatic hat 4036 Automaten eingereicht und der Spielapparatebeirat hat keinen einzigen überprüft. Null. Aber es ist später darauf gekommen, dass die Ehefrau des Spielapparatenbeiratschefs ein Mann namens Riedl, sozialdemokratischer Funktionär der Wirtschaftskammer, zwei Millionen Euro geschenkt bekommen hat. Ich habe sie angerufen und gefragt, Frau Riedl, wieso haben sie zwei Millionen bekommen? Er hat sie aufgelegt. Dann habe ich den Ernst Riedl angerufen, den sozialdemokratischen Funktionär. Ich habe gefragt, Herr Riedl, wieso hat eine Ehefrau zwei Millionen von Novomatic bekommen? Er hat auch aufgelegt. Sehr viele Leute haben Millionen bekommen und die Staatsanwaltschaft, auch hier die WKStR, vermutet, dass das möglicherweise unversteuerte Boni waren für Mitarbeiter oder dass es möglicherweise auch Bestechungsgelder waren. Da sind viele Verfahren eingestellt worden, weil man wirklich gesehen hat, das war eine Schenkung. Zum Beispiel hat eine Richterin, die im Kabinett von Wolfgang Sobotka, unserem Nationalratspräsidenten, gearbeitet hat und auch im Kabinett von Karl Nehammer gearbeitet hat, unserem Innenminister, auch Millionen bekommen. Die war aber tatsächlich die Nichte. Das konnte man zum Beispiel auch gern. Also, das ist so eine kleine Matryoshka. Und eine ganz kleine Wutze in Matryoshka ist jetzt die Frage, Sebastian Kurz sagt falsch aus vor dem Ausschuss, weil aufgrund dieser ganzen Matryoshkas, die wir da jetzt enthüllt haben, hat der Nationalratsgericht gesagt, wir wollen das jetzt überprüfen. Wir wollen diese Korruption der ÖVP, überall steht sozusagen FPÖ-ÖVP drauf, wir wollen das überprüfen, wir befragen jetzt alle Minister, alle Beamten, alle Politiker, wir wollen wissen, zum Beispiel, ob Sebastian Kurz, dem Thomas Schmidt geholfen hat, diesen Job bei der ÖVP zu bekommen, weil das könnte ja theoretisch eine kleine Anerkennung sein dafür, dass sich der Thomas Schmidt zu Zeiten, als der Kurz noch Außenminister war, so eingesetzt hat für ihn, ihm die Schatulle aufgemacht hat. Und daher hat man ihn gefragt, hey, Kurz, hast du dem Schmidt geholfen? Und der Kurz hat gesagt, nein, nein, wirklich nicht. Spar, nur informiert, neues System, und der Beste gewinnt, und nicht der Bestverhabete. Und die Politiker haben ihm das aber nicht geglaubt, zu Recht nicht geglaubt, wie man heute weiß, weil der Kurz sich sehr intensiv eingemischt hat in die Bestellungen, der hat alles kontrollieren wollen. Und das ist der Grund, warum jetzt Sebastian Kurz vor Gericht gekommen ist. Tatsächlich wurde er freigesprochen, oder man hat nicht nachweisen können, dass er sich für den Thomas Schmidt verwendet hat. Da hat man im Zweifel gesagt, die Aussage war so gerade noch legal, aber man konnte ihm nachweisen, oder das Gericht, der Richter konnte ihm nachweisen, nicht rechtskräftig, dass er sich für den Aufsichtsrat, also den Kontrollor des Thomas Schmidt in der Oeberg eingesetzt hat. Und diese Aufsichtsräte wiederum waren Parteispender. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, sowohl der Herr Benko, als auch der Herr Wolf, bestreiten ja Parteien, Spenden geleistet zu haben, aber sie waren massive Unterstützer des Sebastian Kurz. Und der Sebastian Kurz wiederum hat sich für diese Leute eingesetzt. Er hat sich massiv für den René Benko eingesetzt. Und er hat sich für den Sigi Wolf eingesetzt. Sigi Wolf wollte zum Beispiel, dass Sebastian Kurz gegen die Sanktionen von Oleg Terebaska, also ein Putin-Vertrauter, sich einsetzt, weil der gemeinsam mit dem Sigi Wolf eine Firma hatte. Und da gibt es Chats, wo er immer wieder sagt, komm, wenn wir zum großen Chef fahren, sind einmal in einer Delegation zu Putin gefahren, Sebastian Kurz, Sigi Wolf, Thomas Schmidt und René Benko. Florian Schäuber nennt es immer die vier Moskau-Tiere. Die sind zum großen Chef gefahren, zum Putin. Und der Kurz hätte sich dort einsetzen sollen dafür. Kurz selbst hat einmal im Verfahren gesagt, wir waren eine russlandfreundliche Regierung. Das ist jetzt einmal so grob gesprochen die Korruptionsvorwürfe. Dann sind noch ein paar andere Sachen rausgetröpfelt. Zum Beispiel die Spesen-Affäre von HC Strache. Der Leibwächter von Strache hat Rechnungen gesammelt, die Strache sozusagen, sagt der Leibwächter, verbotenerweise der Partei verrechnet hat. Er hat sozusagen ein Luxusleben gehabt und hat die Partei zahlen lassen. Die Frage ist, ist das untreu oder darf die Partei das? Darf die Partei zum Beispiel sagen, okay, wir gönnen dem Strache ein Luxusleben, weil er bringt uns Stimmen. Und gerade weil er so ein Playboy ist und so ein Auto rauf und in die Disco geht. Das wird jetzt untersucht. Das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Es gab ein zweites Verfahren, zwei Verfahren gegen den Strache, wo man ihm vorgeworfen hat, dass er sich bestechen hat lassen. Einmal für das sogenannte Krankenanstalten-Private-Krankenanstalten-Vorsorge-Gesetz, den BRIC-GRAF. Und einmal für eine Spende von einem Mann namens Stieglitz, da ging es um die ASFINAG. Immer sind Gelder sozusagen in die Parteikasse geflossen und umgekehrt wurden Gesetze erlassen. Da hat aber das Gericht gesagt, wir können nicht nachweisen, dass diese Vorteile geflossen sind für diese Gesetze, sondern das waren letztlich legale Spenden. Da wurde Strache freigesprochen. Da sind wir hin und her gegangen. Also da wird gerade Judikatur gemacht. Das ist die Matryoshka Ibiza. Also eine große Schachtel, in der sich ganz viele kleine Schachtel befinden. Und wenn man so will, wenn man in diesem Bild bleiben will, immer wenn sozusagen eine Kiste aufgemacht wird, ist die nächste rausgeploppt. Und jetzt muss man wissen, dass in der Staatsanwaltschaft nur ungefähr vier, fünf Leute an diesem Fall arbeiten. Und es wird immer mehr und immer mehr. Weil wir haben vier Leute. Das ist sozusagen so viele Leute, wie in ein Polizeiauto gehen. So viele Leute hat der Bundeskanzler, Presse sprechen und Fotografen bei einem Pressetermin. Die können sich natürlich der Polizei bedienen, aber vier Leute sind sehr wenig. Und diese vier Leute, und jetzt kommen wir sozusagen, jetzt machen wir mal eine kurze Pause. Jetzt haben wir viel gelernt. Und jetzt machen wir einen Blick auf die Hinterbühne des Staates. Da wird es jetzt richtig spannend. Nämlich die Frage, wer ermittelt das alles? Wir sehen ja, da geht es ans Eingemachte. Da geht es um die Frage, werden Medien, bestechen Medienpolitiker und umgekehrt, teilen wir Steuergeld an korrupte Medien. Es geht um die Frage, ob wichtige, einflussreiche Milliardäre sich die Finanz vom Hals halten konnten. Es geht um die Frage, ob die Glücksspielindustrie sich Gesetze kaufen konnte. Es geht um die Frage, ob der Heinz-Christian Strache, einer Oligarchen-Nichte, versucht hat einzureden, dass sie in der Kronenzeitung investiert, weil er, ich zitiere, Heinz-Christian Strache, ein Mediensystem wieder orbern will. Also es geht um ganz große, entscheidende Fragen, nicht um irgendwelche besoffenen Geschichten in Ibiza, sondern es geht um die Frage, ob diese Republik strukturell korrupt ist, ob die ÖVP eine strukturell korrupte Partei ist. Und jetzt geht es um die Frage, hat die WKStA bei der Verklärung dieser Frage, wird sie dabei politisch behindert? Wird sie dabei gebremst? Wird sie dabei mit unlauteren Methoden gestoppt? Und jetzt gehen wir wieder zurück in den Mai 2019, nachdem das Ibiza-Video ist. Und nur einen Tag, nachdem das Ibiza-Video platzt, ist eine andere Sache total ins Hinterteifen gekommen. Wir müssen jetzt kurz einen gedanklichen Schnitt machen. Wir befinden uns jetzt ein paar Tage vor dem Ibiza-Video. Da gibt es einen ganz anderen Fall, der die Republik lang beschäftigt hat, nämlich die Eurofighter-Causa. Die Republik hat sich um Milliarden Flugzeuge gekauft für das Bundeswehr, die sogenannten Eurofighter. Und es stand der Verdacht im Raum, oder es steht immer noch der Verdacht im Raum, demnächst wird es Anklagen geben, dass einzelne Parteien, Politiker, Schmiergeld gekriegt haben von dubiosen Briefkastenfirmen dafür, dass man sich für die Eurofighter entscheidet und nicht für ihre schwedische Subkrippen. Das reicht zurück fast 20 Jahre. Und in diesem Verfahren hat ein Staatsanwalt ermittelt, der Herr Radastitsch. Wenn wir uns den noch merken, das ist der Richter, der ist ein Richter geworden, das ist der Richter, der einen Kurzvorteil hat. Und dieser Herr Radastitsch, der saß alleine in der Staatsanwaltschaft Wien und ist in 70 Kartons, ich habe diese Akte noch mal ein Foto gesehen davon, abgesoffen. Da der Fall so groß war, der hat viel zu wenig Unterstützung bekommen. Und nach ein paar Jahren hat irgendwann einmal das Justizministerium gesagt, wir übertragen diesen Fall vom Herrn Radastitsch an die WKStA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und da gab es eine Dienstbesprechung im Ministerium. Da saß der oberste General im Justizministerium, der Herr Pilnercheck, Christian Pilnercheck, mittlerweile verstorben. Gemeinsam mit dem Oberstaatsanwalt Fuchs, der Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien, einer der mächtigsten Staatsanwaltschaft, Johann Fuchs, und gemeinsam mit ein paar anderen. Und gemeinsam mit ein paar Staatsanwälten, der WKStA. Und die beklagen sich darüber, dass sie sagen, der Akt, wir brauchen Ressourcen, wir können das nicht allein machen, wir saufen ab. Und die sagen, komm, scheiß es euch nicht so an, macht es jetzt endlich fertig. Es geht jetzt zehn Jahre. Und die sagen, hey, wir haben den Akt noch nie gehabt, das ist den Erbenwehr. Und die sagen, hey, wollt ihr mal was arbeiten? Und dieser Pilnercheck geht denen wahnsinnig auf die Nerven. Und die haben jetzt so eine Art diensträchtlichen MeToo-Effekt und sagen, wir lassen es jetzt nicht mehr, uns reicht es, wir lassen es nicht mehr am Arsch klopfen von denen da oben. Und jemand nimmt das auf, diese Dienstbesprechung, offiziell zu Protokollzwecken, um ein Protokoll zu führen, nicht um es an die Medien. Es ist nie das Tonband öffentlich geworden. Aber der Inhalt dieser Besprechung wurde ganz genau verschriftet. Und da sagt der Christian Pilnercheck, wenn ihr der Meinung seid, das geht weg, der Schlagzer ist, ich mache die Augen zu, ich drücke die Augen zu, ich schaue nicht so genau hin. Und die sagen, hey, wir können nicht einen Entfall erschlagen, wir müssen den ermitteln. Das kann man nicht einfach erschlagen, es wäre Ihr Hand zu besprochen. Und zeigen den Pilnercheck an, den mächtigen Pilnercheck. Und der ist außer sich und der zeigt wiederum die Staatsanwälte an. Und es kommt zu einem unglaublichen Konflikt. Wir befinden uns vor Ibiza und diese ganze Sache fliegt gerade in die Luft. Auf einmal kriegen wir Einblick in die Hinterzimmer der Justizbürokratie, die ihn Korruptionskausen ermittelt. Und drei Tage später platzt die Ibiza-Affäre. Da Pilnercheck atmet durch und denkt sich, zum Glück bin ich jetzt raus. Und jetzt passiert was Interessantes. Genau die Leute, die sich in dieser Dienstbesprechung aufgeregt haben, dass ihnen die Ohren zum Arsch gehen und sie dauernd zu wenig ausstatten, genau die holen sich jetzt die Kausa Ibiza. Weil sie nämlich schon in einem anderen Verfahren einen Anhaltspunkt haben zum Glückspielwesen, der dazu passt. Und die sagen, der Akt gehört uns. Und da erlässt der Herr Pilnercheck eine Order, die nicht ganz klar ist, ist es eine Weisung oder ist es nur ein Wunsch, und sagt zum Oberstaatsanwalt Fuchs, das ist der Zweite, der da gesessen ist, wir müssen ein Vorbreschen der WKStA verhindern. Wir müssen schauen, dass die nicht die Medienarbeit machen, hat er gesagt. Aber die haben das so verstanden, dass sie sagen, die sollen den Akt nicht kriegen. Und da gibt es eine Weisung, die sollen den Akt in Ruhe lassen. Die sollen erst das Video, man schaut sich erst mal das Video an. Also die steigen mal auf die Bremse, weil sie wissen, da sitzen diese vier Oberstaatsanwälte der WKStA, die dann intern den Spitznamen bekommen haben, der Fab Four, der Fabernuss Four. Die sind denen wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Kurze Zwischenfrage, wie geht das jetzt? Wer entscheidet dann, wer den Akt kriegt? Wie können die sagen, so quasi, das ist unser? Naja, weil die WKStA Fälle bekommt, Kraftgesetz. Die werden hier zugeteilt, nicht, weil der Minister sagt, ich will das so oder so, sondern da gibt es eine klassische Einteilung, wenn es sozusagen politische Kriminalität ist, in dem Fall Millionen an Steuergeldern, dann ist die WKStA zuständig. Und die WKStA nimmt sich diesen Fall und fängt an zu mitteln und will Hausdurchsuchungen machen und macht auch Hausdurchsuchungen. Und in dem Moment, und das können wir heute wissen, weil wir auch die Mails, des Herrn Bildnercheck und des Herrn Fuchs kennen, werden die ganz unruhig und sagen, hey, wir brauchen da zumindest das Bundeskriminalamt, wir brauchen da ein paar vernünftige Leute und sie richten ein die sogenannte Soko-Tape, Sonderkommission Tape, Tape für das Videoband aus Ibiza. Und diese Soko-Tape besteht aus Polizisten, die ein sehr merkwürdiges Verhalten setzen, nämlich einer der Polizisten, Nico Reit, ein Kriminalbeamter, schreibt einen Tag nach Auffliegen des Ibiza-Videos und HC Strache, lieber HC, wann kommt ein Rücktritt vom Rücktritt, die Republik braucht dich, alles lieber dein Nico. Das wissen wir, weil wir das später bei Strache gefunden haben. Und einige Polizisten merken das, dass da was im Busch ist und melden das der Staatsanwaltschaft in einem anonymen Schreiben und sagen, schaut sich die Soko-Tape genau an, da sitzen einige Leute, die sind sehr nah an der ÖVP, sehr nah an dem Strache. Worauf in die WK ist der? An den Chef der Soko-Tape herantritt, Andreas Holzer, der später befördert wurde zum Chef des Bundeskriminalamts und sagt, kann es sein, dass bei euch irgendjemand befangen ist? Und der sagt, nein, wirklich nicht, Frechheit, wieso faktern Sie das überhaupt, wie kommt es ja dazu? Und es kommt zu einem Streit, damalige Justizminister Jablono versucht diesen Streit zu schlichten und sagt, nur der Umstand, dass Beamte bei der ÖVP aktiv sind, Niko Reit zum Beispiel war für die ÖVP in Grundraumstern tätig oder Maria Hensersdorf, heißt noch nicht, dass sie befangen sind. Und Andreas Holzer weiß damals schon von diesem SMS, weil der Niko Reit hat es ihm erzählt. Er hat gesagt, ich habe ihm Strache dieses Mail geschickt und spielt das aber runter, erzählt, er will ihm das nicht. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Dieses Soko-Tape muss zwei Dinge ermitteln. Die Vorderbühne des Ibiza-Videos, nämlich die Frage, sind die Politiker, die da genannt werden und diese Vorgänge, diese vielen Matrioshkas, stimmen die oder nicht? Also für uns wichtige Fragen. Und die Hinterbühne, wer hat das Video gemacht? Wer ist die Oligarchen-Nichte? Wer ist die Schorfe? Und jetzt fangen die an, Personal zuzuteilen und sagen, wir nehmen total viele Beamte für, was glaubst du? Die Hinterbühne. Die Hinterbühne, weil wir sind in Österreich, wir wollen wissen, wer die Schorfe ist und wir wollen wissen, wer das Video gemacht hat. Und die Vorderbühne, da haben wir nur ein paar Beamte. Und da kommt dieser Reiter, das SMS geschickt hat und der vernimmt den HC Strache. Der erklärt sich nicht für befangen. Und die WKStA merkt es und spürt es und merkt, da geht nichts weiter. Da ist irgendwas im Busch. Und das wird sich so aufstauen im Laufe der Jahre, dass irgendwann die WKStA dieser Soko Ibiza den ganzen Akt entzieht und sagt, wir vertrauen euch nicht mehr. Und auf dieser Hinterbühne tut ihr Komma gleich. Aber es entsteht ein richtiger Krach. Die WKStA-Staatsanwältin Jilek heißt sie, tritt einmal vor den Ursschuss und sagt, ich werde von den Vorgesetzten, von Herrn Pilnacek und von Herrn Fuchs dauernd segiert. Wir kriegen dauernd Berichtsaufträge. Wir müssen denen dauernd melden, was wir machen. Jeden einzelnen Schritt. Wir werden die ganze Zeit segiert. Und sie wirft ihr Amt hin. Sie sagt, ich will nicht mehr. Ich habe satt. Und geht nach Graz, wo sie herkommt. Und vor dem Ursschuss, man kann das nachlesen, in den Ursschussprotokollen beklagt sich ein WKStA-Staatsanwalt nach dem anderen über unlautere Eingriffe. Und wir wissen heute, weil wir das Handy von Christian Pilnacek lesen können, weil das beschlagnahmt wurde, dass tatsächlich der Christian Pilnacek im Hintergrund versucht hat, dieser WKStA, ich habe das einmal geschrieben, die Schuhbänder zu verknoten, während die aufs Feld laufen. Als eine Razzie im Finanzministerium angestanden ist, schreibt er dem Kabinettschef, wer vorbereitet Gernot auf die Einvernahme, also den Gernot Brümel. Er spricht von einem Putsch gegen den Sebastian Kurz. Er nennt die WKStA-Staatsanwälte Irre und Verrückte. Und er schaukelt sich mit diesem Oberstaatsanwalt Fuchs richtig auf. Die schicken sich gegenseitig Akten, fotografieren Akten, spielen das an den Kurier, machen die WKStA schlecht, wo es mir geht. Und interessanterweise fällt das in der österreichischen Medienlandschaft auf durchaus fruchtbaren Boden. Sebastian Kurz macht immer wieder Hintergrundgespräche und sagt, die WKStA ist ein linkes Netzwerk. Da sitzen lauter Sozis. Da sitzen aber gar keine Sozis. Weil die Sozis schon seit dem Jahr 2008 auch nicht mehr im Justizministerium sitzen. Das war ein lauter schwarzer Justizminister. Und diese Staatsanwälte dort sind noch keine Sozis, sondern die Staatsanwälte sind in Österreich parteifrei, so wie die Richter. Die haben eine sogenannte Welser-Deklaration unterschrieben, dass sie nicht, anders als die Polizei, nicht bei politischen Organisationen Mitglied werden. Da sind die Richter ganz, ganz, ganz streng. Und es kommt zu diesem Krieg. Man nennt es immer den Krieg. Und die WKStA sagt, dieser Pilner-Check und dieser Fuchs, die behindert uns. Und das Ganze eskaliert. Und irgendwann, als das Handy des Pilner-Check öffentlich wird und man sieht, wie er da im Hintergrund agiert hat, entzieht die Justizministerin dem Christian Pilner-Check die Agenten schon ein bisschen vor und entzieht sie dem Johann Fuchs und gibt sie an die Staatsanwaltschaft, an die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck. Und auf einmal können die WKStA alle in Ruhe ermitteln. Auf einmal müssen sie keine Berichte mehr schreiben. Die WKStA macht einige Fehler. Sie ist ein bisschen dünnhäutig vor dieser Kulisse. Sie zeigt einmal die Journalistin Anna Thalhammer an wegen eines Artikels, wegen Verleumdung. Eine unglaublich dumme Aktion, die der WKStA nicht zum Ehre gereicht ist, eigentlich skandalös. Sie versucht, die Journalistin unter Druck zu setzen. Gästein Pilacek kriegt das mit und steckt das im Kurier. Und sagt, schaut euch die an, diese Behörde, die sind verrückt geworden. Es läuft parallel dazu das Verfahren gegen Christoph Krohrer, gegen den grünen, den ehemaligen Planungssprecher der Grünen, der seine sehr schwache Anlage war, der wurde freigesprochen. Das ist, glaube ich, noch nicht rechtskräftig. Und es passieren einige freie Sprüche. Und auf einmal tritt die ÖVP an den Plan und sagt, diese WKStA ist eigentlich ein Staat im Staat. Eine völlig intransparente Behörde. Und 99 Prozent der Anzeigen, die dort eingehen, werden eingestellt. Jetzt muss man aber wissen, dass jede Anzeige, die die kriegen, wenn die die auch nur zurücklegen, in diese Statistik einfließen. Dass viele Dinge tatsächlich einfach nichts sind. Nicht, weil sie faul oder dumm oder zu blöd sind, sondern weil viele Anzeigen, die sie bekommen, einfach keine Straftat verstanden sind. Und diese WKStA kann sich eigentlich nicht wehren. Die haben keine richtig gute Pressestelle, die haben keinen Social Media Account, die haben nicht die Power, die Sebastian Kurz hat, der sozusagen nicht nur das ÖVP-Generalsekretariat hatte, sondern sehr lange auch das Bundeskanzleramt hatte und jetzt viele Pressesprecher hat und Message Control beherrscht, sondern die wehren sich fast nie. Während das Ganze passiert, passiert übrigens der Fall Grasser. Karl-Heinz Grasser wird verurteilt zu acht Jahren Haft. Auch hier, kleiner Rückblick, ist die WKStA massiv angegriffen worden von Karl-Heinz Grasser und Kurz macht im Grunde mal das Gleiche. Was macht er? Er wirft der Staatsanwaltschaft vor, die Beweise zu fälschen, den Thomas Schmid unter Druck gesetzt zu haben, und zwar so unter Druck, dass der falsch aussagt. Wörtlich sagt Sebastian Kurz, die WKStA diktiert und Thomas Schmid serviert. Ein ganz entschwerwigender Vorwurf. Und sie wirft in Wirklichkeit eine Politjustiz vor. Das heißt, was die ÖVP und was Sebastian Kurz macht, ist zu sagen, nicht ich bin korrupt, nicht meine Leute sind korrupt, sondern die Justiz ist korrupt. Er dreht das Spiel um. Das Gleiche wie Karl-Heinz Grasser. Müsste sie nicht eigentlich dann vor Gericht werden? Das könnte man machen, aber die WKStA, auf das Feld gehen wir gar nicht. Umgekehrt, wenn Kurz meint, dass da Politjustiz betrieben wird und jemand zu gedrängt werden, ist das ja anders. Macht er nicht. Er hat was anderes gemacht. Seine Leute haben diese ganzen Sicherstellungen von den Handys immer wieder Rechtsmittel dagegen angelegt vor das Oberlandesgericht und gesagt, das ist rechtswidrig, dass ihr uns da die Handys abnehmt. Und das Oberlandesgericht hat immer gesagt, nein, es besteht ein dringender Tatverbrauch. Also das Oberlandesgericht hat das eigentlich eingemort. Das heißt noch nicht, dass die schuldig sind, aber die Rechtsmittelinstanzen, es ist nicht so, dass jeder Staat im Staat WKStA einfach schalten und walten kann, sondern es gibt eine richterliche Kontrolle. Und die Gerichte haben der WKStA fast immer in diesem Verfahren Recht gegeben. Sie haben aber auch in vielen Fällen Beschuldigte im Zweifel freigesprochen. Was die WKStA nicht als Niederlage sieht, sondern sie sagt, wenn wir diese schweren Verdachtslagen haben, dann wollen wir das in einem öffentlichen Gerichtshall von einem Gericht, einem unabhängigen Gerichter, überprüft haben und nicht in den Hinterzimmern hinter der Polstertür abwürgen, so wie das früher der Fall war. Also wir sehen eine neue Kultur. So wie, weil es keine Niederlage ist, wie wenn du jetzt drei Wochen was recherchierst und dann keine Geschichte rauskommt, was trotzdem deinen Job macht. Genau. Jetzt kann ich sagen, ich habe schlecht recherchiert, aber wenn ich zu dem Ergebnis komme, das ist keine Geschichte und ich schreibe es nicht, dann bin ich eigentlich kein schlechter Journalist und im Gegenteil ein sehr gewissenhafter Journalist. Daher sind Einstellungen, es gab ja viele Einstellungen, Gernot Blümel oder jetzt SPÖ oder viele Fälle wurden eingestellt, weil die WKStA gesagt hat, da ist nichts dran, da muss sie einstellen. Also wir haben es ja nicht, wie manche meiner Kolleginnen und Kollegen schreiben, mit einem Match zu tun oder einem Magenkampf. Ich habe gerade gesagt, weil viele haben jetzt geschrieben, es war ein wichtiger Sieg für die WKStA. Nein, das ist kein Fußballspiel. Nein, das ist kein Fußballspiel. Es geht nicht darum, dass die WKStA ein Match macht, wer gewinnt, sondern die WKStA muss einen Sachverhalt klären und um diesen Sachverhalt zu klären, muss die Beweise sichern und auswerten. Jetzt machen wir noch eine kleine Tangente auf, weil es jetzt immer komplizierter wird, aber es ist noch etwas ganz Einfaches. Um diese Inseratenaffäre, wir erinnern uns, Beinschab, also diese Matrioschka, wo draufsteht, Inseratenkorruption zu klären, braucht die WKStA die Handys von den Pressesprechern von Sebastian Kurz. Weil die Sabine Beinschab sagt ja, ich habe denen immer die Studien geschickt und die WKStA will sich jetzt nicht nur auf den Thomas Schmidt verlassen als Grundzeuge, weil der sagt mal was aus, kann man ihm glauben oder nichts, sondern sie versucht jetzt Beweise zu sichern. Sagt, stimmt das, was der sagt, sie fängt an zu recherchieren. Sie kriegt einen Hinweis vom Schmid und recherchiert. Und daher geht sie zum Bundeskanzleramt und sagt, okay, ihr habt die Diensthandels gelöscht, aber wir hätten gerne die Mail-Server. Die habt ihr noch. Wir hätten gerne die Backup-Files. Und sie holen sich einen Sicherstellungsbefehl und gehen zu Karl Nehammer, den Bundeskanzler, der mittlerweile Bundeskanzler ist, Nachfolger von Kurz, und dann geben wir uns die Mail-Server. Weil wir wollen untersuchen, ob das, was Thomas Schmidt sagt, stimmt oder nicht stimmt. Und wir würden jetzt ja von einem Bundeskanzler erwarten, dass der sagt, bitte, kommt herein, nehmt euch mit, untersucht, das ist in unserem Interesse, ich bin Vertreter der Republik, ich bin der, unter Anführungszeichen, Regierungschef, ich bin der Kanzler, hier bitte, wir haben nichts zu verbergen. Aber Karl Nehammer sagt, vertreten durch die Finanzprokuratur, nein, wir geben das nicht her, weil das ist privat, wir legen Rechtsmittel ein. Und das Landesgericht sagt, nein, das ist nicht privat, das sind dienstliche Mails. Und dann gehen sie in die Europa-Instanzen und sagen, hey, das ist privat. Und die sagen, nein, das ist nicht privat. Aber es vergeht ein Jahr, um diese Entscheidung zu kriegen. Und jetzt müssen die die Mails rausgeben und die landen bei Gericht. Und kaum liegen diese Server im Zimmer vom Richter, sagt der Karl Nehammer, vertreten durch die Finanzprokuratur, wir können nicht ausschließen, dass Staatsgeheimnisse drin sind. Und wenn Staatsgeheimnisse drin sind, dann müssen wir es versiegeln. Worauf, wenn der Richter sagt, wieso könnt ihr das nicht ausschließen? Ihr müsst es ausschließen können, weil Staatsgeheimnisse kann man nicht einfach per Mail schicken. Und die sagen, ja, das könnte sein. Und daher müssen wir es jetzt überprüfen, ob Staatsgeheimnisse drin sind. Warum macht das der Karl Nehammer? Man könnte sagen, weil er seine Mitarbeiter schützen will, weil er die Staatsgeheimnisse schützen will. Man könnte aber auch den Eindruck bekommen, weil er die ÖVP schützen will, weil er seine eigenen Leute schützen will. Zum Beispiel den berühmten Herrn Gerald Fleischmann. Der war der Pressesprecher des Sebastian Kurz. Der war der Medienbeauftragte der Regierung. Der war der Mann, über den diese ganzen Inserate gelaufen sind. Und der Gerald Fleischmann ist jetzt Pressesprecher der ÖVP und macht im Hintergrund die Pressearbeit der ÖVP. Das ist der Mr. Message Control, der immer wieder sozusagen, wir erinnern uns an sein Buch geschrieben hat, man muss Skandale kontrolliert sprengen. Und jetzt werden viele Dinge auf einmal in einem anderen Licht erscheinen. Es wurden die Handys gelöscht. Wir erinnern uns an die Schredder-Affäre. Auch so eine kuriose Sache. Der engste Mitarbeiter, oder einer der engsten Mitarbeiter in der Social-Media-Abteilung von Sebastian Kurz nimmt fünf Festplatten aus dem Bundeskanzleramt, fährt zur Firma Reiswolf und lässt sie dort dreimal schreddern. Er wirft sie in eine riesige Mühle, selbst in eine Schredderanlage, die man sich vorstellen muss wie so eine Mühle bei Max und Moritz hinten und wirft das oben rein und unten kommt so feiner Schredderstaub raus und er nimmt den Staub und wirft ihn nochmal rein und nimmt den Staub und wirft ihn nochmal rein und nimmt den Staub und wirft ihn nochmal rein, dreimal und nimmt das Sackerl mit dem Staub mit und entsorgt selber und zahlt die Rechnung für das Schreddern nicht, weil er dort unter falschen Namen hergeht. Und der Sebastian Kurz gesagt, das ist ganz normal, das ist total okay, das machen alle, machen aber nicht alle. Und die Frage ist, warum machen sie das auf diese Art und Weise? Warum rufen sie nicht einfach die IT-Mühle raus an und sagen, bitte schreddern? Waren da vielleicht Dinge drauf, die heute mit dem Aussage des Thomas Schmid, den Sebastian Kurz belastet hätten? Sebastian Kurz hat im Verfahren jetzt mit dem falschen Zeugenhausse gesagt, der Thomas Schmid lügt und ich habe zwei Zeugen, die können uns bezeugen, zwei Russen. Und der Richter sagt, ah, zwei Russen? Wieso, was sagen die? Und die Russen sagen, ja, die haben den Thomas Schmid getroffen in Amsterdam, um einen Job anzubieten, nämlich er sollte ein russisches Start-up in Georgien leiten, das Öl fördert. Und der Richter sagt, das ist aber merkwürdig, weil der Thomas Schmid kann weder georgisch noch russisch noch hat er jeweils mit Öl zu tun gehabt. Aber gut, lass uns die Russen anhören. Und die Russen, sagt Kurz, hätten eine eidesstaatliche Erklärung vorgelegt, wo drinnen steht, dass der Thomas Schmid ihnen gegenüber gesagt hat, dass er den Kurz falsch belastet hat. Und dann kommen die Russen und der Richter sagt, haben sie das gesagt? Und die sagen, nein, wer hat denn nur gefiel, was er gesagt hat? Wer hat denn nur das gefiel? Und die sagen, ja, wer hat denn die eidesstaatliche Erklärung geschrieben? Und die sagen, der Anwalt von Kurz. Also, das ist alles sehr, sehr merkwürdig. So. Was ist der Grund, dass der Sebastian Kurz so reagiert? Weil er der Öffentlichkeit vermitteln muss und auch dem Gericht vermitteln muss, dass der Thomas Schmid lügt. Weil wenn der Thomas Schmid lügt, dann kann der Sebastian Kurz nicht verurteilt werden, glaubt er. Weil der Thomas Schmid den Sebastian Kurz in der Inseratenaffäre auch belastet. Er sagt nämlich, dass ich diese ganzen Inserate geschaltet habe für Millionen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich das wollte, sondern weil das der Kurz wollte. Jetzt gibt es aber keinen Chat, der das belegt. das ist auffällig. Es gibt kein Schriftstück. Es gibt immer wieder eine Information an Kurz, dass irgendwas umgesetzt wurde. Aber die sozusagen, die Smoking Gun, wo drinsteht, schalt das Inserat von Kurz, gibt es nicht. Aber es gibt eine Geschichte rundherum, wo sich die Staatsanwälte sicher sind, weil sie sagen, warum machen die das alle? Die engsten Mitarbeiter, der Herr Fleischmann, der Herr Frischmann, der Herr Schmidt, der Herr Steiner, wie sie alle heißen. Dieses ganz enge Feld, die sich immer als Galeern-Sklaven bezeichnen in den Sets, als Orchester auf der Titanic, das bis zum Ende spielen wird. So beschreiben sie das. Und die sagen, ja warum sollen die das machen hinter dem Rücken von Kurz, der alles kontrolliert hat? Und daher wird es einen Indizienprozess geben. In zwei, drei Jahren wird der Sebastian Kurz in der Inseratenfeiere angeklagt werden und es wird einen Indizienprozess geben. Der Wolfgang Feller wird angeklagt werden, vielleicht die Eva Dichhant. Es wird wahrscheinlich der Pressesprecher von Kurz angeklagt werden. Es wird sein Medienbeauftragter angeklagt werden. Es wird dort im Grauen Haus die halbe Republik sitzen und sich die Frage stellen lassen müssen, ob sie bestochen wurden von den Medien. Die Strafdrohung dafür ist nicht wie jetzt drei Jahre, sondern zehn Jahre. Zehn Jahre. Und ein Bundeskanzler, der eines Bestechungs, eines Untreutelikts überführt würde, würde eine unbedingte Haftstrafe bekommen. Der würde ins Gefängnis gehen. Das heißt, für Kurz steht tatsächlich unglaublich viel auf dem Spiel. Ich glaube, es ist zu acht Jahren verurteilt worden, noch nicht rechtskräftig. Ich glaube, es ist in die Richtung auch kurz drohen. Wir dürfen medienrechtlich den Ausgang des Strafverfahrens nicht erörtern. Aber, wir können so viel sagen, Politiker, die wegen Bestechung verurteilt wurden, haben sehr hohe Strafen bekommen. Das können wir sagen. Wir erinnern uns an Ernst Strasser, den ehemaligen Innenminister. Der hat drei Jahre bekommen, im ersten Instanz vier Jahre. Karl Ernst Strasser, da ging es immer um zehn Millionen Euro Bestechungsgeld, davon ein Viertel an ihn, laut Urteil, acht Jahre. Der Thron zehn Jahre, Kurz war Bundeskanzler. Wenn er verurteilt wird, dann wird er wahrscheinlich eine Unbedingte bekommen. Das hängt aber auch davon ab, wie er sich dort verhält. Das Interessante in diesem ganzen Komplex ist, dass die Beschuldigten, die rein im Tisch gemacht haben, die Vorbeihandschaft, der Herr Schmidt, mit einer relativ, sagen wir mal, für ihre finanziellen Verhältnisse, diese harmlosen Geldbuße davon kommen. Wären die, die darauf beraten... Weiß man noch nicht genau, oder? Nein, aber Schmidt dürfte, es ist ziemlich sicher, dass der Grundzeugen mit das Ministerium entscheiden, aber es schaut so aus, als würde er diesen Grundzeugenstatus bekommen. Vielleicht auch nicht, aber Richter nach. Beinschöp hat ihn bekommen. Erinnern wir uns an die Telekom-Affäre der Herr Schießler, für die ganz Alten, die er damals ausgepackt hat über die Bestechung der Telekom der ÖVP. Der Herr Bierenbacher in der Hypo-Affäre, der hat er dann letztes Jahr eingestellt. Also die kriegen alle wenig, die müssen nicht in den Knast. Die spannende Frage wird sein, ob in diesem ganzen Komplex irgendjemand irgendwann einen Tisch macht und sagt, ich sage aus, weil ich will nicht in den Knast. Oder ob die alle stehen. Und letztlich ist die spannende Frage, ob ein Schöffen-Senat von der Staatsanwaltschaft überzeugt wird, dass die Geschichte so war, wie die Staatsanwaltschaft sie erzählt. Das wissen wir nicht. Kann auch ein Freispruch im Zweifel sein, es kann ein glatter Freispruch sein oder ein Schuldspruch. Was wir ziemlich sicher wissen ist, dass es zu diesen Anklagen wohlkommen werden muss, weil wir einen Grundzeugen namens Thomas Schmidt haben, der bis jetzt noch in keinem einzigen Detail der Lüge überführt wurde. Findest du das gut, dass in so Verfahren dann Schöffen zur Rate gezogen werden? Weil eigentlich gibt es ja bei dieser ganzen Causa niemanden, der nicht eine Meinung pro oder kontra Kurz zum Beispiel hat. Naja, es entscheiden ja nicht anders als im geschworenen Verfahren nur Leinrichter, sondern es entscheiden zwei Berufsrichter und zwei Leinrichter. Das heißt, da sitzen schon Berufsrichter auch mittags auf der Bank und überprüft wird das Urteil ja vom Oberlandesgericht. Das heißt, es ist nicht so, dass da jetzt einfach das Volk entscheidet. Im Mordverfahren ist das so. Im Mordverfahren können acht Bürger aus dem Volk dich verurteilen und die müssen das nicht mehr begründen. Im Schöffenverfahren müssen sie auch eine Begründung schreiben. Das, was so wichtig ist und vielleicht das zum Schlusspunkt, dass wir das alles wissen, dass ich dir das da alles so erzählen kann, verdanke ich dem Aktenstudium. Viele Informationen, die wir hier wissen, die gar nicht strafrechtlich einmal interessant sind, sondern auch politisch interessant sind, wie diese Regierung agiert hat, wie sie sich Posten und Jobs zugeteilt hat, wie sie sich das, unser Steuergeld verteilt hat, wie sie mit Leuten umgegangen ist, wissen wir, weil wir den Akt lesen können. Warum können wir den Akt lesen? Weil in dieser Ibiza-Causa tutzende Rechtsanwälte Akteneinsicht haben, ganz legal. In dem Moment, wo ich beschuldigter oder geschädigter bin, kann ich eine Aktenkopie erhalten. Die lade ich mir runter, wie aus einer Cloud, einer PDF. Und die dürfen uns das geben. Die Rechtsanwälte dürfen uns das geben. Und wir dürfen diese Akten zitieren. Was wir nicht dürfen, ist das Privatleben offenlegen. Wir dürfen nicht schreiben, was der Herr Bilicek privat macht. Der Herr Bilicek ist übrigens verstorben. Der ist getrunken in Niederösterreich, nachdem er als Geisterfahrer erwischt wurde. Man weiß nicht, ob es ein Suizid war oder ein Unfall. Er ist ertrunken. Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Der Herr Fuchs, ein Oberstaatsanwalt, wurde angeklagt wegen falscher Zeugenaussage vor dem Urschuss. Der hat einen sogenannten Aussagenotstand bekommen. Und das wissen wir alles. Und wir wissen viele Dinge, weil wir aus den Akten berichten dürfen. Aber wir berichten nicht über private Details. Wir berichten nicht über die privaten Fotos von Sebastian Kurz. Seine Chats mit seiner Frau, das interessiert uns nicht. sind auch im Akt nicht veraktet. Es ist im Akt nichts Privates, sondern es geht immer um das Amtsverständnis. Es geht immer um die Verteilung von Jobs. Es geht immer um Seilschaften und Freundschaften, um öffentliche Ämter zu kriegen. Ich habe kein einziges privates Foto eines Politikers da drin gesehen in diesem Akt. Aber es ist der ÖVP zuwider, weil die lesen dauernd die Chats, die sie selbst belasten. Und daher hat die Verfassungsschutzministerin Karolina Edstadtler, die übrigens bei der WKStA den sogenannten Marshall-Posten hat, damit sie aufgewertet wird, vorgeschlagen, dass es ein Zitierverbot gibt. Das heißt, sie will die Medien zensieren. Sie will, dass wir das, was wir heute schreiben dürfen, nicht mehr schreiben dürfen. Und sie argumentiert damit, dass die Unschuldsvermutung verletzt würde und das Privatleben. Die Unschuldsvermutungen und das Privatleben sind aber heute schon geschützt durch das Mediengesetz. Da könnte man höhere Entschädigungen einfordern. D'accord, bin ich sofort dafür. Aber sie wollen ein Zitierverbot. Diese ganzen Sätze, wo war meine Leistung, da bin ich jetzt super nackt. Ich bin die Hure der Reichen. Wir brauchen steuerbare Weiber. Sebastian Kurz kann Geld scheißen. Wenn das in die Hose geht, sind wir hin. Kriegst du ja alles, was du willst. Krieg den Hals nicht so voll. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ich liebe meinen Kanzler. All diese Zitate sollen wir nicht mehr schreiben dürfen. Diese Korruptionsprosa unserer Regierung soll die Bevölkerung, die diese Regierung bezahlt, nicht mehr erfahren dürfen. Das ist der Wunsch der ÖVP. Und man muss wirklich hoffen, dass keine andere Partei diesen Wunsch erfüllt, weil es wäre ein massiver Anschlag auf die Pressefreiheit. Jetzt sagen dann die Kritiker und, ja, muss man gar nicht namentlich nennen, also wer soll noch in die Politik gehen, wenn da ständig irgendwie die zerfleischt werden in den Medien, jeder Chat, man macht sich drüber lustig, man liest das vor, im Audimax, etc. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann könnte ich sagen, das ist ja genau der Punkt, dass die Leute mit keinen so guten Absichten vielleicht irgendwann in der österreichischen Politik fernbleiben, weil sie wissen, da ist nichts zu holen. Ja, das wäre ein guter Outcome, das Ganze. Wir haben ja ganz, ganz viele Politiker, die da muss erarbeit leisten. Wenn die Ibiza-Fahrer in den letzten fünf Jahren eine Sache gezeigt hat, ist, dass unser Sicherungskasten funktioniert. die Untersuchungsausschüsse eine Sicherung gegenüber autoritärer Regierungen haben funktioniert. Die Presse hat im Großen und Ganzen funktioniert. Der investigative Journalismus im Standard, im Profil, im Falter, in der Presse, in vielen anderen Medien war vielleicht nicht so exzellent, wie es in Deutschland geworden wäre. Aber es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, auch im ORF, Martin Thür hat Urteile erwirkt beim Verfassungsgerichtshof, dass wir Akten gehen dürfen, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also die Sicherungskasten, Parlament, der Sicherungskasten Medien, aber auch der Sicherungskasten Justiz funktionieren. Und Sebastian Kurz wollte in diesen Sicherungskasten herumfummeln und wollte diese Sicherungen rausdrehen. Und es hat ihn aber dabei der Blitz getroffen und er ist zum Glück nach hinten geflogen und hat sich die Finger verbrannt und hat seinen Job verloren. Man muss sehr dankbar sein dafür, dass diese Sicherungen funktioniert haben. Weil wenn wir die mal rausdrehen, dann haben wir eine Regierung, die glaubt, sie kann sich alles erlauben. Und das ist zum Schaden des überwiegenden Teils der Politikern und Politiker, die einen tatslosen Job machen. Aber wenn du jetzt sagst, die Medien haben ihren Job gemacht, wenn ich jetzt denke, an den Diskurs, den man da führt in den letzten fünf Jahren und ich lese sehr viele Medien und deine schöne Marioschka-Aufzählung hat mich irgendwie, bin innerlich in mir brodelt es richtig, weil ich bin total wütend so auf dieses politische System, dass sowas oder die einzelnen Akteure, die sowas verursachen, aber auch ein bisschen über den Diskurs der letzten Jahre, weil das ja bei ganz vielen Menschen diese Erzählung eine ganz andere ist. Und jetzt gibt es Investigativjournalisten, die gute Arbeit leisten in den Medien, aber die sind ja dann nicht immer die, die dann die Kolumnen und Kommentare schreiben. Das ist ein ganz geleiter Artikel, weil da ist ja dann oft schon diese Nebenschauplätze so, woher kommt das Video, ist die Wicke, ist die eigentlich doch überschissen, hat er gegen Kurz zu sehr draufgeschaut und so. Und das sind ja dann Medien und das ist ja auch so eine Verbandelung Medienpolitik in Österreich, wo mein Sommer irgendwie ziemlich schlecht wird. Zurecht, glaube ich, weil viele Massenmedien ja in diesem Fall wirklich verstrickt sind. Die Hördichern ist beschuldigt in dem Verfahren, der Wolfgang Fellner ist beschuldigt in diesem Verfahren. Wir erinnern uns an die Chats, die zu den Rücktritten selbst solcher Qualitätsjournalisten wie Matthias Schrom und Rainer Nowak, Matthias Schrom, Chefrechte des ORF von Rainer Nowak, Herausgeber und Chefredakteur und Geschäftsführer der Presse waren, weil sie Thomas Schmidt oder HC Strache zumindest den Eindruck entstehen haben lassen, sie würden eingreifen in die Redaktion zum persönlichen Vorteil. Der Presseherausgeber ist deshalb geflogen, weil er gesagt hat, vielleicht im Scherz, ich kenne ihn ein bisschen, vielleicht war es ein blöder Witz, ich habe geliefert, jetzt bist du dran, ich möchte die ORF-General werden, jetzt habe ich dir geholfen. Das war strafrechtlich nichts. Aber der Rainer Nowak, muss man ihm zugutehalten, hat immerhin seinen Posten geräumt, ist jetzt bei der Kronenzeit. Muss man auch fairerweise dazu sagen, dass die vorher schon befreundet waren oder Nowak und Schmidt und dann schreibt man sowas mal eher. Schreibt man sowas, ja, wir wollen alle nicht alle unsere Chats lesen und jeder von uns hat irgendeinen Blödsinn geschrieben. Aber man sieht sozusagen eine Nähe und das ist eine ungesunde Nähe, diese Verhaberung und das passiert uns allen. Auch in meinem Job ist es so, dass ich natürlich Beamte, Justizbehörden, Leute, Rechtsanwälte kenne, und mit manchen bist du bei du und du musst jeden Tag dich aber prüfen, überschreite ich in meinem Beruf eine Grenze? Schütze ich jemanden, weil ich ihn kenne? Schreibe ich über jemanden deshalb nicht kritisch, weil ich von dem was will? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die wir uns als Journalistinnen und Journalisten dauernd stellen müssen. Ich mache jetzt meinen Job 25 Jahre. Natürlich kenne ich viele Leute sehr gut. Mit manchen Leuten bin ich auch privat einmal in Kontakt gekommen. Aber ich muss mir dann sozusagen irgendwann die Frage stellen, bin ich befangen? Kann ich über den oder die schreiben oder nicht? Was wir da überleben, ist aber, dass die Boulevardmedien eine unglaubliche finanzielle Unterstützung der Regierung bekommen haben. Nur ein Beispiel. Unsere Zeitung hat in Wien eine Reichweite von ungefähr 8%. In Österreich ungefähr 3,3%. Und wir kriegen an öffentlichen Mitteln im letzten Halbjahr 2023 200.000 Euro. In Wien mit einer Reichweite von 8%. Die Rundenzeitung und heute, wenn man so will, das Medienimperium der Familie Tichand, haben gekriegt im letzten halben Jahr 10 Millionen Euro. Die Rundenzeitung hat in Wien eine Reichweite von 19%. Also ein bisschen mehr als doppelt so viel wie der Falter. Also wenn man das so im Balance setzen müsste, dann müssten wir wahrscheinlich Millionen kriegen. Das heißt, was die Regierung da tut, ist ja eine Form von Zuckerljournalismus, nämlich die Medien zu fördern, die ihnen das Godel kraulen. Dort ins Errate hinein zu zahlen, in die Medien, die unkritisch sind. Und unkritisch meine ich nicht, dass die nie kritisch berichten. Natürlich müsst ihr in der Kronen den heute kritischen Bericht über die Regierung finden, aber die in den entscheidenden Momenten das nicht in die Headline nehmen. Ich kann mich erinnern, als die Ermittlung gegen Sebastian Kurz begonnen hat, war in der Salzburg-Krone am Cover die Meldung, dass sich der Landeshauptmann von Salzburg impfen lässt und dass einem Rauchfangkehrer die Leiter umgefallen ist. Das war fast schon ein Signal der Redaktion zu zeigen, liebe Regierung, wir machen, was ihr von uns wollt. Und ihr Korruptionsermittler und ihr, die ihr versucht, den Mist aufzudecken, wir zeigen euch die Finger. Und das ist ein strukturelles Problem. Das ist ein großes strukturelles Problem. Da hat der ZIB 2 nachgehört von gestern und da ist der Peschorn, Wolfgang Peschorn zitiert worden, der Innenminister war oder in der Expertenpolitik war. Kurz Innenminister, ja. Ja, Kurz Innenminister. Und der begründet hat, warum er in seiner Zeit die Inserate abgedreht hat, weil es sich ihm nicht erschlossen hat, warum wir da inserieren und es ihm auch niemand im Ministerium schlüssig erklären konnte. Aber es ist wieder andere Geschichte, wenn der Staat tatsächlich aufhören würde, dann hätte man auch mal ganz andere Debatte um die nachhaltige Finanzierung der Medien. Aber es ist in Summe ein Sumpf, der einfach eine Katastrophe ist. Es ist ein systemischer Sumpf und ich glaube, dass diese letzten fünf Jahre einige Teile dieser Sumpfe trockengelegt haben. Wir kriegen jetzt eine Medienförderung, die ein bisschen besser ist als das, was früher war. Aber wir leben ja in einer Zeit, in der es generell den Printmedien nicht besonders gut geht, weil sozusagen Social Media Silicon Valley unsere Aufmerksamkeit stiehlt. Jeder von uns der ein Handy hat, weiß das, wenn man in Social Media geht, dann fliegt man in so einen Rabbit Hole. Wenn wir da jetzt zum Bugeln anfangen, in fünf Minuten sind wir irgendwo. Und die Konzentration auf Papier, warum haben wir das da liegen? Dieses konzentrierte Lesen und Recherchen von Anfang bis zum Ende, das kostet wahnsinnig viel Geld. Das können wir nicht leicht übertragen in diese Welt. Wir können da sitzen jetzt zwei Stunden und ich kann die Recherche von fünf Jahren an die erzählen und hoffen, dass das jetzt viele Leute mitkriegen. Aber das kostet Geld und die Regierung ist kaum bereit, diesen Qualitätsjournalismus zu fördern. Insofern bin ich froh, dass es wenigstens einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, der öffentlich finanziert wird, nämlich durch unsere Gebühren. Und darum halte ich auch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Zeiten, wo Medien so korrumpiert werden können, für unendlich wichtig. Nur damit du mich falsch verschießt, ich sage nicht, dass die österreichischen Medien korrupt und gekauft sind. Die allermeisten Journalisten in dem Land machen einen guten Job. Aber wir haben einige Medienhorausgeber, die das Geschäftsmodell entwickelt haben, der Regierung Honig ums Maul zu schmieden, um ein Serate zu bekommen. Und das muss aufhören. Jetzt glaube ich, kann man schon sagen, dass die ÖVP, wenn man sich zumindest diese Akteure anschaut, so fast ein systemisches Problem mit Korruption hat. Und wenn ich jetzt an die Wahlen denke, die anstehen im Herbst wahrscheinlich, wo es nicht unplausibel ist, dass es wieder eine schwarz-blaue Regierung gibt, befürchtest du, dass so, wenn man kann das jetzt, wenn man es jetzt historisch betrachtet, war ja Politik meistens nicht ein faires, rechtsstaatliches Aushandeln von Interessen, sondern irgendwelche mächtigen waren in der Macht und haben die anderen ausgebeutet und sich das gerichtet. Und das irgendwie, Demokratie ist ja auch noch nicht so alt in Österreich. und diese Aufteilung, das Land irgendwie zwischen den Parteien und jetzt gibt es da sehr selbstbewusste FAB-Fonds in der Staatsanwaltschaft, die einfach einen Job machen, die sehr viel Kritik dafür einstecken müssen. Und diese ganze Kritik auch an der WKStA und an den linken Netzwerken, das hat für mich ja fast so etwas Orwellianisches, so quasi die, die Netzwerke tendenziell gestrickt haben, werfen den anderen vor, dass sie... Das hatte ich ja was Berlusconi-haftes, die Roba Rossa. Man hat das sozusagen immer den Richtern vorgeworfen in Italien, nehmen wir diese manipulierte Bewegung, wo die Richter, da war es natürlich viel Ärger, da ist der Richter Falconer in die Luft geflogen dann von der Mafia. So weit sind wir hier nicht. Und das ist auch eine andere Form von Korruption. Aber natürlich das Angreifen von Richtern, von Kontrollinstitutionen, das hat eigentlich so mit Mjörg Haider begonnen. Wir erinnern uns damals, da gab es so die ersten richtigen Angriffe, der Peter Westenthaler damals, der hat gesagt, es hat eine Spitzlaffäre für die ganz Alten und uns, können Sie sich erinnern, wo die Richter sozusagen angeschossen wurden in der Hoffnung, die knicken dann ein. Ich glaube, dass die ÖVP die WKStA unterschätzt, weil die ÖVP zu viel jenen Anwälten vertraut, die sagt, du musst nur laut sein und du musst die nur anschießen und dann fliegen die schon um. Und wir haben ja wirklich lange geglaubt, dass der Staat zu schwach ist, Leute zu verfolgen. Beim Fall Grasser habe ich immer gesagt, der Grasser und seine Leute, das ist eine Armada von hochprofessionalisierten Anwälten und da sitzen dann zwei schlecht bezahlte Staatsanwälte. Und interessanterweise hat das aber überhaupt nicht gestimmt. Die Staatsanwälte waren extrem gut vorbereitet, die waren extrem aufmunitioniert. Vielleicht auch, weil sie so oft angeschossen wird. Vielleicht hat sie das auch sozusagen selbstbewusster gemacht, zu sagen, okay, wenn ihr es wissen wollt, dann zeigen wir es euch. Und in diesem Verfahren haben eher die Verteidiger schlecht ausgeschaut. Schlecht vorbereitet, poltert, laut, aber nicht sozusagen mit dem Skalpell gearbeitet, sondern mit dem Hammer. Und das hat nicht funktioniert. Und auch jetzt bei Kurz waren die Verteidiger eigentlich nicht gut. Die haben den Kurz da hineinteatert oder er hat die Verteidiger hineinteatert in eine Märchenshow. So wie bei Ernst Straß, wir erinnern uns, der gesagt hat, er wird vom Geheimdienst verfolgt. Also ich habe das Gefühl, die Politiker unterschätzen die dritte Gewalt. Aber was ich dir jetzt zum Schluss fragen möchte, glaubst du, dass das jetzt so dieser ganze Protest gegen die WKStA, gegen diese Ermittlungen, auch gegen Medien und Journalisten, mit du müssen ja auch einiges einstecken. Ist das so das letzte Aufbegehren dieses Systems, gegen das sich gerade rechtsstaatlich zur Wehr gesetzt wird? Oder ist das was, wenn man jetzt, also jetzt haben wir eine grüne Justizministerin, die da selbstbewusst die Leute ermitteln lässt, war ja nicht immer so, dass da so jemand im Justizministerium gesessen ist. Und wenn wir jetzt dann eine schwarz-blaue Regierung haben, ging, ja, die ÖVP hatte jetzt nicht unbedingt das größte Interesse daran, dass diese Ermittlungen... Ich glaube, das kann es auch nicht mehr abdrehen. Also die Zeit, wo von oben der Fingerzeig ist, so ausstoppt, dass das funktioniert, spätestens seit dieser Dienstbesprechung nicht mehr. Der Sachbearbeiter unten hat viel mehr Macht bekommen als der Minister oben. Das hat sich ein bisschen verändert. Auch dank dieser Feib vor, auch dank dieses Kampf ist gegen dieses System. Wir wissen nicht, wie das ausgeht. Vielleicht geht das mit Feursprüchen aus, vielleicht geht es mit Schuldsprüchen aus. Das ist auch letztlich wurscht. Also ich bin der Letzte, der jetzt verlangt, die Körnare aufgehängt, strafrechtlich und in den Kerker geworfen. Sondern wichtig für uns ist ja zu sagen, werden Sachverhalte aufgeklärt, wie sie dann juristisch bewertet werden von einem Gericht. Das ist eine ganz andere Sache. Aber haben die Ermittler, so wie überall, wenn irgendwo ein Verdacht ist, die Möglichkeit, einen Sachverhalt zu klären, oder werden sie dabei behindert? Werden sie dabei unsachlich behindert? Das ist die für mich spannende Frage. Wie es juristisch eingeordnet wird, ob sie am Ende sagen, ich überführe dich oder nicht, du bist schuldig oder nicht, du hast einen Schlagungsgrund, du hast einen Notstand, du hast Gründe, die für dich sprechen, du hast eine super Verteidigungsstrategie. Okay. Aber haben wir sozusagen eine Zweiklassenjustiz in dem Sinn, dass wenn du was ausfrisst, die Polizei deine ganze Wohnung durchsuchen darf, aber wenn ich als Bundeskanzler was ausfrisse, sagen kann, die Polizei muss draußen bleiben, ich bin der Herr Bundeskanzler. Und das ist die entscheidende Frage für eine liberale Demokratie. Und wenn es einem Bundeskanzler gelingt, zu sagen, ich möchte gar nicht, dass mein Sachverhalt untersucht wird, ich will nicht, dass die Zeugen in Ruhe einvernommen werden. Ein sehr schöner Moment im Kurzprozess war, wie die beiden Bonnellen kurz auseinandergesetzt wurden, weil sie hinten dann geduschelt haben und den Zeugen gestört haben. Der Richter hat gesagt, lass den Zeugen in Ruhe reden. Das ist der entscheidende Punkt. Wie es dann letztlich juristisch bewertet wird, you never know. Vor Gericht und auf hoher See ist es ein Wissen. Das finde ich eine spannende und auch positive Erzählung, weil oft bleibt er bei den Leuten so hängen, das ist irgendwie, wir sind alle korrupt, ein Politzirkus und das ist irgendwie eine Streiterei. So in Summe kann das Ganze sowohl für Medien als auch Politik auch ein reinigender Prozess sein. Darf ich einen Derben-Vergleich machen? Bitte. Ist der nicht ganz das Jugendfeuer hat? Schau, stell uns mal vor, wir sitzen in der Oper und sind ganz leise, die Musik und jetzt sage ich, was Unallständiges und es lässt jemand einen wirklichen stinkenden Schaß ganz laut und jeder weiß, wer es war und er steht auf und sagt, ich war es nicht und außerdem, jeder von euch lasst hin und wieder einen Schaß, alle lassen einen Schaß, was regt sich auf über mich? Dann hat er trotzdem den Schaß gelassen und man muss trotzdem sagen, Faktum ist, du hast jetzt diese Veranstaltung geschört mit diesem Furz, auch wenn der da hinten auch vielleicht irgendwann mal einen Furz gelassen hat. Abgesehen davon haben jetzt nicht alle in der Oper einen Schaß gelassen. Das ist eine Schutzbehauptung. Du vernebelst damit die Wahrheit. Du willst ablenken von deinem eigenen Verhalten, indem du den anderen unterstellst, etwas zu tun, was sie vielleicht einmal gemacht haben, aber jetzt gerade nicht. Jetzt geht es um etwas anderes. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ein Politiker erwischt wird, das Erste ist zu sagen, das machen doch alle und das geht rein bei den Leuten. Es sind doch alle korrupt. Und das führt ja insgesamt dazu, dass alle sagen, naja, ich gehe mir gar nicht mehr in die Oper, weil da wird ja dauernd der Schaß gelassen. Da kannst du überhaupt nicht mehr sitzen, da stinkt es die ganze Zeit. Stimmt aber gar nicht. Die meisten Leute wollen eine ordentliche Opernaufführung sehen und die Leute auf der Bühne wollen ein ordentliches Stück spielen. Und insofern, und dann glaube ich, müssen wir im Journalismus viel präziser arbeiten. Da werfe ich meine eigenen, oder manchen in meiner Branche vor, dass man so drüberwischt, so Hick-Hack-Um, solche Schlagzeilen, Wirbel-Um, Match-Um, das sind so Phrasen, die letztlich nur die eigene Arbeit erleichtern sollen, indem ich mir nicht sozusagen genau anschauen muss, wer hat Recht. Das ist unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, zu sagen, wer hat Recht. Hat jetzt die Kammer Sinn recht oder die Staatsanwaltschaft? Stimmt das Faktum oder nicht? Und Gott sei Dank haben wir immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die genau diese mühsame Arbeit machen. Der Fabian Schmidt im Standard, die Renate Graber im Standard, der Martin Thür, die Ulla Schmid, der Michael Nikbarsch mit seinem Podcast, die Kollegen von der Presse, der Manfred See, immer mehr Kollegen steigen ein in diese Schwerarbeit des Fact-Checkings und des ganz akribischen Recherchierens. Und die Kollegen, die da so drüberwischen, die Herausgeber haben, die sagen, geh, los, die werden hoffentlich irgendwann aussterben. Das ist meine optimistische Hoffnung. Ob es so ist, weiß ich nicht. Lieber Florian, danke, dass du uns dabei geholfen hast, herauszufinden, wer den Schaß da gelassen hat und wer nicht. Und jetzt tun wir lüften. Danke für deine Zeit. Was nehme ich mir mit? Man verliert schnell die Übersicht, aber die Korruptionsermittlungen von Ibiza bis Novomatic, Kurz, Benko, Beinschab, Karmersin, Krone, Österreich, es hängt alles zusammen und zeigt in Summe ein nicht sehr schönes Sittenbild Österreichs. Zweitens, die Staatsanwälte in Österreich arbeiten akribisch und motiviert und dass sie jetzt so im Feuer der Kritik stehen, ist genau ein Zeichen dafür, nämlich, dass sie ihren Job machen und damit tritt man den Mächtigen eben einfach mal auf den Schlips. Drittens, nach dem Fall Karl-Heinz Grass sind die Ermittlungen rund um Sebastian Kurz und seine Vertrauten der zweite riesige Fall von Korruptionsermittlungen in Österreich, die uns noch länger beschäftigen werden. Es ist zwar nicht angenehm, aber ein Zeichen, dass die liberale Demokratie im Land stark ist. Grass wurde ja erstinstanzlich zu acht Jahren Haft verurteilt, bei Kurz-Drohn in der Inseraten-Affäre bis zu zehn Jahre Haft, wenn er angeklagt wird. Also das ist der Strafrahmen. Wenn du die heutige Folge mochtest, dann gibt es noch drei andere Folgen mit Florian Klenk zum Nachhören, wenn du ihm genauso gerne zuhörst wie ich. In Folge acht geht es um das Verfahren rund um Karl-Heinz Grass, wer da nochmal eintauchen möchte. In Folge 16 erklärt Florian das Strafrecht an einem Mord und in Deep Dive Nummer vier hat er über Bauer und Bobo gesprochen. In Folge eins erklärt dazu noch die Falter-Politik-Chefin Barbara Todt die Biografie von Sebastian Kurz. Also du kannst quasi einen ganzen Tag nur mit diesen Folgen verbringen, wenn du das denn möchtest. Das war eine Ausgabe des Podcasts Erklär mir die Welt. Bei Podcast-Kollegen Andreas Sator bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Zu Sators Produkten gehört übrigens auch ein Klima-Podcast mit dem Titel Sonne, Stahl, Welt retten ohne Illusionen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Das Falter-Radio können Sie abonnieren auf der Plattform, über die Sie uns gerade hören. Das ist gratis. Genauso wie Sie natürlich den Wissens-Podcast Erklär mir die Welt abonnieren können. Alle Informationen finden Sie auf der Internetseite des Falter. Ein Abonnement des Falter selbst bringt Ihnen jede Woche wichtige Informationen in Ihr Postfach. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Myriam Hübel und Klara Gottsauner-Wolf betreuen die Audio-Technik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falter-Radio. Das Falter-Radio.